Moin Ladies and Gentlemen, wieder darf ich euch zu einem kleinen Airsoft Video begrüßen. Nach der wunderschönen GK12 geht es gleich weiter mit dem Thema G&G, denn hier seht ihr auf dem Tisch ebenfalls brandneu die neue G&G MXC9. So, nicht zu verwechseln mit MXC9. Letztendlich haben wir hier eine überarbeitete PCC45, bedeutet Receiver, kennen wir bereits PCC45. Es ist ein neuer Vorderschaft dran, es ist ein brandneuer Schaft hinten dran, Klappschaft, sehr geil, sehr kompakt, hervorragend umgesetzt zum Akku einlegen und brandneue Magazine sind ebenfalls einmal enthalten. So zu sagen, die PCC45 einfach nochmal ein bisschen kompakter, noch ein bisschen mehr zusammengestaucht mit relativ guten Magazinen, muss man sagen, kommen wir später drauf. Auch dieses Video wird euch präsentiert in Zusammenarbeit mit der Firma G&G und dem Softairstore.de. So, wo wir bei der GK12 noch relativ weit vom Release entfernt waren, das war circa Herbst 2022, befindet sich die MXC9 aktuell bereits in Produktion und soll Anfang Sommer 2022 bereits beim Softairstore verfügbar sein. Also Leute, schauen wir uns das kleine Knubbelding einmal an und ich wünsche für immer viel Spaß. Dann beginnen wir dieses Video sehr entspannt einmal zunächst mit dem Lieferumfang im Karton enthalten, wie von G&G üblich, wie der riesengroße G&G Katalog, wo alle knifften einmal drin sind, brauche ich jetzt nicht extra aufmachen. Und auch wieder wie bei der GK12 auch eine hervorragende Gebrauchsanweisung, auch in mehreren Sprachen, unter anderem auch in Deutsch und alles bis ins kleinste Detail mit Explosionszeichnung und Pipapo, alles wirklich hervorragend mit Bildern erklärt. Also hier auch wieder nicht lumpen lassen, es wird wirklich auf alles eingegangen, auch für ausländische Zuschauer, die eben nicht in Deutschland wohnen, auch wie ihr den Burst-Modus einmal programmieren könnt von der ETU, wie ihr das Federschnellwechselsystem verwendet, wie ihr den Akku reinbekommt. Also gerade wieder für Einsteiger, die sich das allererste Mal eine Airsoft kaufen, wirklich klasse. Einmal kurz durchblättern, ein bisschen durchlesen und ihr wisst einfach Bescheid. Finde ich gut. So, Laufreinigungsstab ist ebenfalls enthalten und dann seht ihr hier, wir haben hier zwei Midcap-Magazine dabei. Keine Highcap, zwei Midcaps. So, diese Magazine sind jetzt neu, sind auch kompatibel natürlich zur PCC45, denn Receiver ist wie gesagt identisch, sind aber jetzt speziell halt einmal für diese MXC9. So, wie gesagt, passen aber auch bei der PCC45. Ihr seht im Vergleich zur PCC45 haben wir hier einmal so geschwungene Magazine, wie zum Beispiel bei einer MP5, aber ein kleines bisschen breiter. Und diese Magazine sind eben, wie gesagt, komplett neu entwickelt und hier gibt es eine kleine Besonderheit. Zunächst mal das eine Midcap-Magazin. Das ist ein Standard, fast 130 Schuss, was schon sehr gut ist für so ein kompaktes 9mm Magazin eigentlich. Und dann seht ihr hier, ist ebenfalls im Lieferumfang noch die Extended-Version enthalten mit stolzen 170 Schuss. Seht ihr, der Magazin-Boden ist hier ein kleines bisschen größer, das Magazin ist im Allgemeinen ein kleines bisschen länger, aber ihr bekommt sattig 40 Mumpeln mehr rein und das ist so ein kleines Magazin. Das ist auf der einen Seite technisch von G&G wieder saugut umgesetzt, eigentlich eine, ja, was brandneues, hat man so noch nie gesehen, sprechen wir später im Detail an. Aber gleichzeitig haben sie leider auch auf ein sehr wichtiges Feature verzichten müssen, was mir auch nicht so gut gefällt. Also wie gesagt, Thema Magazin wird später eventuell recht interessant werden. So, und das kleine Knubbelding da drüben, das ist übrigens auch einmal im Karton enthalten. Machen wir anschließend gleich mit den technischen Daten weiter. Die MXC9 kommt aus dem Hause G&G, wird also einmal in Taiwan produziert und der Vertrieb sowie der Import nach Deutschland übernimmt einmal der Softairstore.de. So, das Modell wird ca. 360 Euro kosten und soll im Sommer 2022 einmal erhältlich sein. 360 Euro ca. und wäre exakt identisch einmal zur etwas größeren PCC45. Bedeutet aber auch identischer Preis, aber das Geld, was sie sich letztendlich vorne am Material vom Vorderschaft alles gespart haben, rechnen sie nicht einfach 1 zu 1 einfach um, sondern packen uns einfach noch ein zweites Magazin mit dazu. Und das finde ich ehrlich gesagt recht anständig. So, dann zu den Daten. MXC9 hat eine Länge im eingeschobenen Zustand von 605 mm. Wenn ihr den Schiebeschaft einmal auszieht, erreicht ihr maximal 665 mm. Wenn du das Ganze einmal einklappst, z.B. für den Transport, erreicht ihr maximal 425 mm. Der Innenlauf ist ein Standard-AEG-Lauf, aber sehr kompakt mit einer Länge von 128 mm und einem Innendurchmesser von 6,08 mm. 21 mm Pickrail im oberen Bereich durchgängig nutzbar, das Ganze mit maximal 290 mm. Und am Vorderschaft links, rechts sowie unten jeweils zwei M-Lock-Positionen. Wobei man bei so einem kompakten Vorderschaft eigentlich darauf verzichten kann, denn wirklich viel montieren könnt ihr da nicht. Denn dann könnt ihr das Ding einfach nicht mehr anfummeln vorne. Denn hier ist einfach zu wenig Länge oder zu wenig Weg einmal verfügbar, um hier noch irgendwie Dummy-Lights oder irgendwas montieren zu können. So, dann im vorderen Bereich am Rohr bzw. am Autor ein Standard-40 mm Linksgewinde. Hier müsst ihr nur ein bisschen aufpassen. Ihr seht, der Mündungsfeuerdämpfer ist in den Vorderschaft integriert. Bedeutet, euer Gewinde sitzt ca. 2 cm nach innen einmal versetzt zu dieser Kante. Wenn ihr jetzt hier irgendwie noch einen Schalldämpfer montieren wollt oder einen Tracer, könnt ihr einen maximalen Durchmesser von 35 mm einmal nutzen. Ist euer Schalldämpfer oder euer Tracer größer, passt dieser nicht mehr in den Vorderschaft vorne einmal rein. Also maximal 35 mm. So, was haben wir noch? Gewicht mit Magazin ohne Mumpeln ohne Akku 2365 g. Und natürlich verfügt auch dieses Modell über G und GE TU mit MOSFET. Hier aber die Standardversion und nicht diese mit dem Magazinindikator. Bedeutet, diese Version und diese Knüfte hören natürlich nicht automatisch auf zu schießen, wenn das Magazin leer ist. Das kann wie gesagt nur die GK12 oder die TR16 Serie mit der G2H zum Beispiel. So, haben wir noch was vergessen? Energie, das ist heute so ziemlich der wichtigste Punkt eigentlich. Denn das Modell, so wie es kommt, hat meiner Meinung nach fast zu viel Energie. Wir haben hier einmal die High Velocity Version. Und diese kommt out of the box mit 1,5 bis 1,6 Joule. Bedeutet, hier hat G und GE wirklich mit einem 128 mm Lauf 1,6 Joule mit Ach und Krach einmal umsetzen können. So, und das finde ich einfach heute nicht ganz so gut, denn so ein Teil spielt man normalerweise in der Halle. Und da wären 1 Joule, 1,2 Joule wären hier locker ausreichend gewesen. Hier also irgendwie mit aller Gewalt probiert irgendwie Energie rauszubekommen. Und das ist gerade beim Thema Internals später nicht sonderlich gut. Denn die Feder, die hier drin ist, ist auch total übertrieben. Natürlich, wir brauchen hier einfach für so einen kurzen Lauf so eine starke Feder hinten drin, um überhaupt diese Energie erreichen zu können. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach, out of the box zu viel Energie. Werden wir heute noch öfters einmal ansprechen, das Thema. So, dementsprechend habe ich euch das Modell nicht nur mit der Originalfede out of the box gekronen, sondern ebenfalls mit einer M100. Damit ihr ungefähr wisst, wo müsst ihr hin von der Federstärke, um auf welche Energie einmal zu kommen. Also schauen wir uns Krone und Schusstest an. So, die Sie dann gehen. So, die haben wir hier in der Gefahr. So, jetzt war es die Grüße. So, jetzt bin ich jetzt hier hin. So, ich schätze. So, jetzt machen wir das ein. So, in der Nähezchen. So, jetzt machen wir die Feuer. So, jetzt machen wir das Hände. So, jetzt machen wir das Hände. So, jetzt machen wir das Heißen. Spannungsgeladene Und jetzt geht's. Schuss, 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 schuss. Schuss, schuss, schuss. Und dafür ist das Hop-Up auf 40 Meter ausgelegt und funktioniert. Dementsprechend muss man jetzt hier auch nicht hergehen und irgendwie Hop-Up wechseln oder Bucking wechseln oder sowas. Nein, macht eure 025 rein, die fliegen schön schnell und fertig. Und dann könnt ihr das Ding problemlos out of the box im CQB mit dem Original Hop-Up einmal betreiben. Für mehr sehe ich dieses Modell nicht. Also gerade so Mid-Range Gelände oder weitläufige Gelände, wo ihr auf 50, 70 Meter schießt, vergesst, da seid ihr mit diesem Modell nicht gut beraten. Da solltet ihr dann wirklich ein Modell nehmen, was ein kleines bisschen längeren Lauf hat. Denn gerade der Hop oder der kürze Lauf macht sich auch auf den Hop einmal bemerkbar. Bedeutet, der Hop wird ab ca. 30, 40 Meter ein bisschen unkonstanter, wie wenn ihr jetzt einen Lauf drin habt mit von mir aus 400 Millimeter. Also da ist der Hop ein bisschen konstanter. Hier also aufgrund der Lauflänge nicht für hohe Range gedacht. Wie gesagt, natürlich kommt ihr mit ein bisschen Overhaul, kommt ihr auch auf 50 Meter in dem Ding. Aber die Kugel fliegt halt hin, wo sie will. Also Präzision hier nicht mehr vorhanden. So, dann lasst uns das Modell nochmal im Detail durchsprechen. Wie gesagt, Basis ist hier letztendlich die PCC 45. Die kennt ihr bereits und dementsprechend zum größten Teil dieses Modell einmal aus Polyamid-Kunststoff einmal gefertigt. Bedeutet, letztendlich ist nur der Vorderschaft hier aus Aluminium, alles andere, der gesamte Receiver, der Klapp-Schiebeschaft und sogar der Amplifier oder der Mündungsfeuerdämpfer ist hier einmal komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. So, das ist aber wie schon so oft angesprochen bei G&G überhaupt nicht verkehrt. Der Kunststoff ist hervorragend von der Qualität. Und auch hier kann der Receiver und die Passgenauigkeit und die Verarbeitung auf jeden Fall punkten. Bedeutet, es ist alles wunderbar passgenau. Ihr habt kein Knarzen oder so in der Knifte drin. Es kann sich auch nichts irgendwie verwinden, wenn ihr da mal ordentlich drückt oder so. Das Ding ist also grundsolide. Und natürlich aufgrund des Kunststoffes deutlich leichter wie andere Modelle. 2360 Gramm war man, glaube ich, mit dem Magazin. Ich hätte es sogar fast leichter geschätzt. Also das Ding wiegt echt, das Ding wiegt nichts. Ich glaube, schwer ist das wirklich die Gearboxer und der Motor da innen drin. Also sehr, sehr kompakt, sehr, sehr leicht und dementsprechend für mich gerade für CQB einmal geeignet, dieses Modell. So, im Vergleich zu PCC45 seht ihr, dass wir einen deutlich kürzeren Vorderschaft einmal dran haben. Gerade einmal zwei M-Log-Positionen. Habe ich euch vorhin auch schon angesprochen. Auf diese hätte man meiner Meinung nach sogar verzichten können. Denn wenn ihr das Ding einmal angreift, deckt eigentlich die gesamte Hand, den gesamten Vorderschaft einmal ab. Also hier jetzt noch irgendwie Zubehör dran montieren, könnt ihr eigentlich vergessen. Dementsprechend sind diese M-Log-Positionen eigentlich nutzlos. Außer ihr wollt ja so einen Griff da vorne dran haben. Das ginge vielleicht noch. Also hier Vorderschaft sehr, sehr kompakt. Wird dem ein oder anderen Spieler definitiv gefallen. Dieser kurze Vorderschaft, meiner Meinung nach, hätte aber der Vorderschaft gerne nochmal eine M-Log-Position mehr haben können. Wie gesagt, eine mehr, damit man einfach vorne noch ein bisschen, vielleicht noch eine kleine Pickrail oder irgendwas, vielleicht noch dran hätte montieren können. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Das ist jedem selbst überlassen. Andere feiern vielleicht diesen kompakten Vorderschaft. Dann habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, vom Schützen auf der linken Seite ist wieder eine QD-Aufnahme im Lieferumfang enthalten. Diese ist aus Stahl gefertigt mit M-Log-Aufnahme. Aber auch hier, wenn ihr hier vorne versucht, einen Sling zu montieren, könnt ihr eigentlich so gut wie vergessen. Denn wenn ihr das Ding irgendwie mal greift, ist der Sling eigentlich zum größten Teil eigentlich im Weg. Weil da habt ihr hier diese Riemenöse dran, dann schwingt die da rum, dann hängt der Sling noch dran. Da verhättet man sich. Also wie gesagt, finde ich nicht so gut. Könnt ihr eigentlich darauf verzichten. Macht euren Sling hier hinten dran. Kennt ihr schon von der PCC45. Große Sling-Aufnahme. One-Point-Sling dran. Und fertig. Dann hat sich die ganze Geschichte erledigt. Und auch hier ist es natürlich möglich, diesen Slinghalter gegebenenfalls einmal umzumontieren auf die gegenüberliegende Seite. Da müsst ihr bloß in der Mitte bei den Bolzen auf so ein Loch einmal aufpassen. Habe ich euch bei der PCC45 schon einmal erklärt. So, da wie gesagt relativ kompakt, aber Qualität ist hervorragend. Auch, gut schauen wir uns später nochmal an der Vorderschaft. Läuft hier auch im oberen Bereich wieder in den Receiver rein. Wie man zum Beispiel auch von der HK416-Serie oder A5 einmal kennt. Bedeutet hier so eine Art Nut- und Federsystem. Vorderschaft, Pickrail zum Receiver oben. Und dementsprechend auch kein Verdrehen des Vorderschaftes einmal möglich. Wird hier einmal über zwei Schrauben auf der Barrelnut einmal geklemmt oder gequetscht. Bedeutet, es sollte sich da mal irgendwie was lösen. Gegebenenfalls einfach die Schrauben wieder ordentlich festziehen. Und das Ding einfach wieder klemmen oder spannen. So, dann seht ihr da vorne Mündungsfeuerdämpfer. Oder, naja, ich nenne es einfach mal Verstärker oder Amplifierer. Denn letztendlich habt ihr da einfach nur so ein riesengroßes, hohles Polyamid-Ding da vorne drauf. Verstärkt die Schusslautstärke ebenfalls nochmal mini-minimals. Natürlich, wir können sich jetzt hier noch so ein Schally drauf machen mit ein bisschen Schaum drin. Aber letztendlich, der Hauptklang, das werdet ihr dann auch hören, kommt natürlich nicht da vorne irgendwie zustande, dass ihr da irgendwie so einen riesen Krach vorne habt. Sondern letztendlich ist der Aufprall vom Pisten auf den Zylinderhead, es lautet ja an der ganzen Knifte. Und dementsprechend, der klang auch heute leider nicht ganz so schön. Denn das Ding ist einfach brutal laut. Also brutal laut. Und wie gesagt, selbst wenn ihr da irgendwie ein Schally drauf macht und das Ding abschraubt, das Ding wird nicht wirklich leiser. Aber wie gesagt, kommen wir dann gleich nochmal dazu. So, dann die Magazine sind neu. Wie gesagt, ihr könnt weiterhin die PCC45-Magazine verwenden. Die finde ich auch vom optischen Erscheinungsbild fast ein bisschen schöner wie diese geschwungenen jetzt. Falls ihr euch zurückerinnert, PCC45, die sind gerade raus. Kaliber 45, das sind halt 9mm, aber halt mit dem Bogen. Wie gesagt, ich finde die Geraden von der PCC optisch einfach ein bisschen schöner. Aber auch das ist Geschmackssache. Kann man nicht beurteilen. Oder sollte man nicht. So, dann natürlich weiterhin Verschlussfang natürlich mit Funktion. Das Ganze links, rechts einmal nutzbar. Hier kannst du mal drücken. Und wie bei der PCC45 auch schon angesprochen, geht der Hebel hier einmal oder der Spannhebel geht auf beiden Seiten auf. Da seht ihr, es sind zwei so Flügel. Habe ich euch bei der PCC45 auch schon erklärt. Wenn ihr das Ding über einen One-Point-Link am Plattenträger zum Beispiel habt, dann bleibt dieser Haken hier oder der eben zum Körper steht, der bleibt gern mal irgendwie an der Pouch oder an der Gear einfach ein bisschen hängen. Und dann geht er immer ein bisschen auf und zieht sich zurück und gegebenenfalls kann das Ding sogar irgendwann mal abbrechen. Hier könnt ihr einfach den Hebel, der vom Körper zum Beispiel weg geht. In meinem Fall werde ich dann den hier, den dran lassen und der, welcher zum Körper hingeht, auf der Seite hier vom Schützenhaus links, dann könnt ihr einfach innen drin demontieren, dass ihr den einfach nur noch auf einer Seite habt, wo dann eben benötigt. Wie gesagt, habe ich euch bei der PCC45 schon einmal gezeigt, finde ich einfach sinnvoll, denn hier, der geht einfach, der bleibt immer gern irgendwo hängen an irgendwelchen Mollischlaufen oder so und das nervt ein bisschen. So, Receiver ist wieder hervorragend, habe ich euch auch bei der PCC schon angesprochen, damals Passgenauigkeit hervorragend, Verarbeitungsqualität hervorragend und natürlich auch das optische Erscheinungsbild. Wirklich sehr, sehr stimmig und sehr, sehr sexy dieser Receiver. Schauen wir uns natürlich auch später nochmal im Detail an. Feuerwallhebel ist natürlich auch wieder beidseitig nutzbar, hier hinten Standard 90 Grad System, kein 45 Grad, bedeutet, ihr schaltet einmal nach oben, seid ihr ganz normal einmal auf Semi-Einzelschuss und hinten seid ihr dann wieder auf Semi-Einzelschuss. Also bei uns in Deutschland ganz normal halt Semi, äh, Safe, Semi, Semi und im Ausland hättet ihr dann eben die Möglichkeit, einmal Semi, äh, einmal Safe, dann oben einmal Semi und hinten Full-Auto oder Burst, was natürlich über die ETU einmal einstellbar ist. Hier aber der gesamte Feuerwallhebel, wie gesagt, links und rechts wieder einmal nutzbar. Wie eben gerade schon gesehen, der Verschlussfang ebenfalls links und rechts nutzbar. So, jetzt lasst uns über den Schaft sprechen, denn es ist meiner Meinung nach die größte Erneuerung bei diesem Modell im Vergleich zur PCC, denn der ist zunächst mal deutlich kompakter wie bei der PCC 45 und auch noch unheimlich geil konstruiert seitens G&G. So, zunächst mal natürlich, ihr könnt das ganze Ding ganz normal einmal einklappen, arretieren, zack, hält wunderbar, klappert nicht rum und dann mit ein bisschen Schmackes wieder aufklappen, zack, arretieren, fertig. Funktioniert also hier tadellos, können wir nicht maulen. Was ihr jetzt gerade vielleicht schon gehört habt, habe ich euch auch damals schon angesprochen, hier hinten die Fede von dem Druckknopf am Schaft, die klingelt unheimlich nach. Habt ihr vielleicht gerade schon gehört, bedeutet, wenn ihr da mal ein bisschen drauf rumdrückt. Mikrofon, da habe ich es euch schon gezeigt bei der PCC 45, macht den Knopf raus, demontiert ihn, nimmt ein bisschen Schaumstoff in die Feder rein von diesem Knopf, installiert den Knopf wieder, damit ihr dieses Klingeln da hinten einmal rausbekommt. Das ist eben hier auch nicht irgendwie anders konstruiert, sondern eins zu eins übernommen worden. So, ansonsten, auch hier, wenn das Ding einmal arretiert, dann ist es wirklich arretiert, bedeutet, hier habt ihr im Scharnier selbst absolut kein Spiel einmal drin. Also ihr könnt da nicht irgendwie jetzt den Schaft links und rechts irgendwie hin und her knödeln, nichts. Hält hervorragend und auch hier solide konstruiert. So, dann natürlich, wie vorhin schon gesehen, bei den technischen Daten auch schon angesprochen, ihr könnt das Ding in mehreren Stufen einmal ausschieben, je nachdem, wo dann halt braucht von der Länge her. Hier ganz normal einmal ausziehbar und wird natürlich hinten einmal gelockt, bedeutet, ihr könnt ihn jetzt nicht irgendwie, ja, zu weit rausziehen und dann abziehen oder sowas. Das geht hier einmal nicht. So, jetzt denkt ihr euch, ja, wie bekomme ich denn jetzt hier meinen Akku rein, wenn ich das Ding hinten nicht abnehmen kann? Das ist sowas von geil, jetzt passt mal auf. Ihr habt hier oben, wie bei einer Masada zum Beispiel oder wie bei einer ACR, habt ihr hier oben ebenfalls die Wangenauflage, die ihr über Zurückziehen dieses Schiebers hier einmal einstellen könnt. Bedeutet, ihr zieht es zurück und dann könnt ihr hier einmal die Wangenauflage einmal in der Höhe justieren. Sobald ihr die Wangenauflage in die höchste Position stellt, kommt hier innen so ein fetter Knopf einmal raus. Den drückt ihr einmal kräftig rein und dann könnt ihr die gesamte Wangenauflage einfach nach oben abnehmen. Das ist mega. So, und jetzt gucken wir da oben rein. Hier oben ist der komplette Platz für unseren Akku und da bekommen wir problemlos 1450 mAh, 1500 mAh, 11,1 Volt Lipos einmal rein. Und das ohne Probleme und selbst wenn hier so eine Sicherung noch drin ist und ein Minitamia-Stecker, passt problemlos einmal rein. Also sehr, sehr benutzerfreundlich, sehr, sehr bequem, einfach von G und G hier hinten einfach perfekt umgesetzt und eine richtig geile Lösung, wie ich finde. So, Akku einlegen, wie gesagt, ich habe jetzt nur diesen hier da. Das ist ein 1450 mAh, 11,1 Volt mit leider halt Minitamia-Stecker. Hier habe ich euch bei der GK12 auch schon angesprochen, wenn ihr keine Akkus habt mit Minitamia, ihr könnt auch den Stecker wegmachen, könnt einen T-Stecker hinmachen. Lasst aber zur Sicherheit die Sicherung gegebenenfalls drin lassen. Es kommt darauf an, wie stark euer Akku ist, aber wenn ihr die Sicherung auch noch rausnehmt, dann habt ihr weniger Widerstand drauf und das kann bei zu hohen Strömen die Platine einmal oder das MOSFET einmal beschädigen. Dementsprechend, wer sich nicht auskennt oder wer nicht messen will, einfach Sicherung drin lassen und gut ist. So, dann legen wir einmal unseren Akku ein. Wir müssen mit diesem Akku, weil er relativ lange Kabel hat, die Kabel nach hinten einmal einlegen. Also Balancer, Stecker, alles nach hinten. Dann einmal absenken, zack, einstecken. Einstecken, Stecker hinterher knödeln, Sicherung runter. Und dann liegt der Akku da hinten wunderbar und unheimlich sauber aufgeräumt einmal drin. Und wie gesagt, er stört nicht, ihr könnt euch den ganz normal weiterhin einstellen. In der Länge, na gut, bei den Kabeln müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, wenn die Abdeckung drauf ist, wartet, machen wir gleich mal. Abdeckung drauf, hinten einhaken, zack, dann da hinten absenken. Ach halt, ich habe es falsch gemacht, Moment. So, jetzt da einhaken und Knopf reindrücken, absenken, fertig. So, und jetzt, wie gesagt, wenn der drin ist, dann ist der drin, der Akku. So, also hier keine Probleme irgendwie, dass die Kabel irgendwie reiben oder irgendwas. Nix sauber aufgeräumt, so lobe ich mir das. Also hier, wie gesagt, der Schaft, Akku einlegen, benutzerfreundlich und technisch hervorragend von G&G einmal umgesetzt. Wenn wir jetzt schon einen Akku drin haben, können wir direkt gleich weitermachen. Thema Ansprechverhalten und Klangbild. So, Klangbild habt ihr vielleicht vorhin schon mal im Krono ein bisschen wahrnehmen können. Bin ich mir leider nicht ganz sicher, denn das Richtmikrofon auf der Kamera, wie auch das Ansteckmikrofon, haben einen Pegel drin. Falls es übersteuert, regelt es automatisch runter. Bedeutet, sollte die Tonspur zu laut werden, pegelt einfach das Gerät automatisch runter, damit die Tonspur nicht übersteuert. So, das wird heute ein kleines Problem sein, denn ich werde euch die Lautstärke von diesem kleinen Ding leider nicht sauber einfangen können. Davon gehe ich zumindest aus, weiß ich noch nicht. Eins habe ich euch aber gesagt, es ist eine der lautesten Airsofts, die ich seit Jahren einmal hatte. Das Ding ist so laut, das Ding scheppert so übel, dass es teilweise sogar im Ohr ein bisschen schmerzt, muss man sagen. Also ohne Ohrenschutz das Ding den ganzen Tag zu betreiben oder ohne irgendwie ein Peltor oder irgendwas drauf, von mir aus so ein Airsoft-Headset, grausam. Richtig, richtig laut. Ich schätze jetzt einfach mal so um die, keine Ahnung, knapp 100 dB oder so, würde das Ding haben. Also wie gesagt, der Klang an sich wäre jetzt gar nicht so schlimm, aber das ist einfach diese Kombination aus diesem lauten, dieser laute Kunststoffaufschlag. Das ist so eine ganz helle, komische Frequenz. Die ist unheimlich widerlich. Sorry, aber die ist echt nervig. So, also ich versuche es euch mal einzufangen. Wie gesagt, ich werde jetzt mal ein paar Aufnahmen machen, mitkugeln das Ganze. Ich muss aber gucken, wie ich es besser einfangen kann. Entweder mit dem Mikrofon am Körper dran oder mit dem Richtmikrofon. Also, hören wir uns das Ding mal an. Mumpeln sind drin, 0,25 Gramm. Also, schauen wir mal. Oh, Gottes Willen. Gut, langt schon. Mehr verkrafte ich leider nicht. Also wie gesagt, ich muss jetzt auch mal ein bisschen aufpassen, sonst kommt jetzt gleich das Frauchen runter und fragt, ob ich noch bescheuert bin oder sowas. So, ist leer. Ja, ist leer. Laut. Leute, das Ding ist so laut, dass, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es einfangen kann, aber wenn der da wirklich mal ein Magazin durchhaut, gerade bei uns in der Halle, wo ich immer schieße, das halt wie Sau. Und wenn das Ding dann noch so laut ist, ey, da meint er da drin, da ist alles zu spät. Also hier, Lautstärke geht gar nicht, meiner Meinung nach. Aber dementsprechend auch hier nochmal in Bezug auf die Feder, auf den Zylinderhead, muss man definitiv was machen. Wie gesagt, die Feder, die ist viel zu stark, die da drin ist. Runter, 1 Joule, 1, 2 Zylinderhead mit einem schönen Sawboot drin, damit der Aufpall ein bisschen rausgepuffert wird. Und das Ding da vorne auch noch wegmachen, Mündungsfeuer, Dämpfer, Tracer oder ein Schali dran, damit das Ding von der Lautstärke runterkommt. Also hier, Klangbilds meiner Meinung nach viel, viel zu laut, viel, viel zu hell. Natürlich überträgt sich auch der Aufprall auf den ganzen Kunststoff. Auch die PCC45 war vom Klang nicht die beste, habe ich euch damals auch angesprochen. Aber das Ding toppt echt alles, toppt echt alles. Also kein schöner Klang, sehr, sehr hell, sehr viel Kunststoff einmal drin im Klangbild, nicht schön. So, was ihr auch gehört habt, was ich von G&G eigentlich nicht gewohnt bin, das Ding kreischt unheimlich. Gehe ich davon aus, dass es ebenfalls einfach die Kombination von dieser M150 bis M160 Feder einmal ist. Denn auch die GK12, exakt selbes Gearset drin, die hier ist sogar noch gestroked auf 13 Zähne. Aber die war butter smooth vom Laufverhalten her und auch vom Klang. Also G&G Gears können eigentlich leise sein. Hier nicht. Schimmung passt, eventuell Motorschraube mal noch prüfen. Ich gehe aber einfach davon aus, dass auch die Gears mit einer schwächeren Feder sogar etwas leiser werden. Wie gesagt, Kreischen, lauter Aufprall, alles zu hell von der Frequenz her, ist nicht schön vom Klangbild. So, Ansprechverhalten muss man dann aber sagen, ist im Vergleich zu anderen Kniften wieder sehr, sehr gut. Denn natürlich, wir haben hier auch wieder den Ifrit 25K Motor einmal drin mit Neodymagneten. Und ihr habt es auch gesehen, das Ding zieht die 160er Feder ohne irgendwas weg. Natürlich, es ist ein Stroke drin, bedeutet diese 160er Feder ist umgerechnet circa vielleicht eine 145 oder sowas. Denn komplett aufgezogen wird sie natürlich nicht die Feder. Aber, wie gesagt, der Ifrit, keine Probleme, 11,1 Volt, der schnackelt die Feder weg, als wäre nichts drin. Aber dennoch, Feder zu stark und ihr könnt aber auch problemlos aufgrund des Federschnellwechselsystems ganz schnell das Ding auf euer Spielfeld einmal anpassen. Wie gesagt, für mich ist das eine CQB-Waffe. Ein Schuh, maximal vielleicht eins, zwei, je nachdem, was ihr spielen dürft. Und dann ist gut. Also mehr würde ich auf das Ding definitiv nicht drauf geben und die Lautstärke würde ich definitiv nochmal mit einem Sorbo-Pad auf dem Zylinder-Head versuchen zu reduzieren. Und gegebenenfalls vorne irgendwie so einen kompakten Schalli irgendwie drauf, damit das Ding einfach ein kleines bisschen schöner wird vom Klangbild. Gut, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, Motor ist gut, werde ich wieder positiv bewerten. Klangbild wird heute definitiv einen Kritikpunkt geben. So, und dann zeige ich euch nochmal dieses Federschnellwechselsystem, was G&G hier in dieser MXC9 einmal verbaut hat. Das Federschnellwechselsystem ist letztendlich exakt identisch einmal zur PCC45. Hier ist eigentlich nur zu beachten, dass ihr später bei der Montage ein bisschen auf die Platinen und auf die Kabel einmal acht gebt. Das habe ich euch damals auch schon angesprochen. Hier bei dem Modell finde ich es wieder nicht gut, dass die ETU von G&G zweiteilig ist. Natürlich, es hat den Vorteil, dass wenn sie kaputt ist, dass man sie einfach schnell abstecken kann, neue hinstecken, fertig. Das ist natürlich bei dem internen System deutlich, deutlich schlechter. Aber die guten EFCS-Systeme heutzutage, die rauchen doch eh nicht ab. Da können Akkus reinknallen wie der Volz, 240 Ampere, scheißegal. Aber hier, wie gesagt, bei der PCC45 finde ich es nicht so gut, denn hier einfach wieder hinten am Receiver oben so viel Platz hier hinten einfach gebraucht, um diese Platine verstauen zu können. Das ist bei einer AR15 von G&G auch nicht so gut, auch das kostet Platz für den Akku. Bei der GK12 wiederum hat es null gestört, denn es limitiert nicht. Hier haben sie einfach diesen ganzen Platz hier hinten, den hätten sie sich einfach sparen können, diesen Versatz hier, wenn sie einfach ein internes System hätten. Wie gesagt, da schauen wir dann mal, was das G3-System einmal macht, aber ich glaube, da ist es, nein, da ist es bei der Intergearbox einmal drin beim G3-System. Also hier weiterhin MOSFET-Platine einmal hier hinten im Upper oder im Receiver einmal integriert. So, dementsprechend fehlt das Schnellwechselsystem. Einmal aufklappen und dann seht ihr hinten zunächst mal zwei Schrauben drin. Diese beiden Schrauben macht ihr einfach einmal raus, braucht dann 3 mm Inbus. Habt ihr die zwei Schrauben hier hinten drin einmal gelöst, könnt ihr den gesamten Schaft ganz einfach nach hinten einmal abziehen. So, und zwar bis hierher. So, da, hier diese Kabel, hier seht ihr einmal übrigens ETU oder hier einmal das MOSFET-Platine, einmal mit den ganzen Elektronik-Bauteilen drauf. Diese sind fest oder diese ist fest einmal mit dem Scharnier verbunden. Und das zeige ich euch bei den Internals. Hier wird der Strom quasi durch das Scharnier weitergeleitet. Wenn ihr es aber ausstecken wollt, habt ihr hier weiterhin mehrere Steckverbindungen drin. Bedeutet, ihr könnt die Signalkabel ganz normal einmal ausstecken, wie bekannt. Und ebenfalls die Hauptleitung zum Motor könnt ihr ebenfalls ganz bequem einfach ausstecken. Ansonsten, wenn ihr jetzt hier hinten mal reinschaut, hier weiterhin, wie bei der PCC eben auch, direkt einmal Spring-Guide vorhanden. Bedeutet, großen Inbus nehmen oder mit dem Schraubendreher rein, reindrücken, drehen, Spring-Guide raus, Feder raus, andere Feder rein, fertig. Fast fertig, denn ihr müsst natürlich die ganzen Kabel und die Platine, alles wieder sauber, hier hinten einmal rein verlegen. Und zwar so, dass die Schrauben nicht blockiert werden. Bedeutet, wenn ihr die Schrauben später wieder reinschraubt, darf natürlich das Gewinde nicht irgendwie auf die Platine drücken und sollte definitiv nicht irgendwie auf eine Isolierung drücken. Ansonsten könntet ihr kaputt machen. Und das ist ein bisschen friemelig. Wie gesagt, benutzerfreundlich, ja, man muss aber ein kleines bisschen geübt sein und man muss einfach sich ein bisschen Zeit nehmen, um dieses ganze Zeug hier hinten wieder einmal sauber reinzulegen. Ansonsten, wie gesagt, man kommt schnell ran und wenn man das ein bisschen raus hat, wo man was hinlegt, geht's eigentlich. Dann einfach wieder dran setzen, Schrauben hinten wieder reindrehen, fertig, habt ihr die Feder getauscht. Also ja, Federschnellwechselsystem würde ich fast positiv bewerten, auch wenn es aufgrund der ganzen Kabel und der Elektronik vielleicht nicht ganz so benutzerfreundlich ist wie das ein oder andere System. Machen wir anschließend mit dem Thema Magazin und Kompatibilität einmal weiter. Wie vorhin schon kurz angesprochen, Standard PCC45 Receiver, bedeutet, ihr könnt auch die Standard PCC45 Magazine einmal verwenden. Also wenn euch die besser gefallen, diese geraden Magazine von der PCC45 sind ganz normal kompatibel. So, im Lieferumfang habt ihr eben zwei Mid-Caps enthalten und diese sind natürlich brandneu und ebenfalls zur PCC45 wiederum kompatibel. Also könnt ihr mischen. So, eine Besonderheit und ja, diese Besonderheit hat leider auch einen negativen Beigeschmack. So, zunächst mal, die Magazine sind von der Qualität hervorragend. Auch hier wieder einmal komplett Polyamid-Kunststoff verwendet, unheimlich solide, lassen sich unheimlich toll greifen, schön aufgeraut mit dieser seitlichen Struktur hier. Wie gesagt, könnt ihr wunderbar herangreifen und ja, rausziehen. Es ist auch nötig, die Magazine ein kleines bisschen zu ziehen, denn automatisch droppen tun sie nicht. Dafür wackeln sie aber im Receiver oder im Magazinschacht absolut null. Sitzen also hervorragend einmal drin. So, was ist jetzt diese Besonderheit? Wir haben hier zwei Magazine enthalten. Wir haben den Lieferumfang schon angesprochen. Ein etwas kürzeres, 130 Schuss Midcap. Ein etwas längeres, Extended Version hier unten mit der Bodenplatte dran, 170 Schuss. So, und es ist eigentlich gelogen von G&G. Warum? Möchte ich euch kurz erklären. Wir haben hier eine kleine Besonderheit. Jetzt werdet ihr euch denken, wie bekommt denn G&G hier in den Midcap 170 Schuss rein? Wie ist denn das möglich? G&G hat es sehr gewieft gemacht. Wir haben hier kein Standard-Double-Stack-Magazin. Quad-Stack-Magazin bedeutet, immer eine BB ein bisschen versetzt, Double-Stack, sondern es ist ein Quad-Stack-Magazin. Bedeutet, es liegen letztendlich vier Kugeln nebeneinander. So, und das ist auf der einen Seite ist es mega geil von G&G. Wie gesagt, ich feiere das, ein Quad-Stack-Magazin, aber zu Kosten des Followeres. Bedeutet, wenn ihr hier mal drückt, seht ihr hier irgendwie ein Follower rauskommen? Ne, seht ihr nicht, oder? Ne, seht ihr nicht, denn der Follower hängt standardmäßig hier unten drin. Hat auch wieder einen Vorteil, natürlich, sobald ihr da mal ein paar BBs drin habt, seht ihr hier direkt einmal durch dieses Fenster den roten Follower einmal runterkommen. Bedeutet, ihr seht, wenn der relativ weit oben ist, dass das Magazin sofort oder nach den nächsten drei, vier Schuss einmal leer gehen wird. Seht ihr also bei diesem seitlichen Fenster. Kann man auch nicht maulen, ist hervorragend. So, jetzt könnt ihr euch aber denken, was das Problem ist. Hey, ich habe hier noch BBs drin, schaut mal, komm, ich lasse die mal raus. Hä, nö, lasse ich nicht. Merkt ihr was? Durch diesen Aufbau sitzt, wie gesagt, hört der Follower hier unten einmal auf. Bedeutet, die obersten 15 Kugeln in beiden Magazinen werden überhaupt nicht gefeedet, sondern die bleiben standard im Magazin einfach drin. Wie gesagt, 15 Kugeln und dementsprechend sind es auch keine 130 Schuss, sondern letztendlich 115 Schuss und da sind es keine 170 Schuss, sondern nur 155 Schuss. Also hier, wie gesagt, auf Kosten oder die Konstruktion auf Kosten einfach des Follower, was ich eigentlich bei G&G bisher sehr gut fand immer. Dieser lange Follower, der von oben rauskommt, die letzte Kugel wird gefeedet, hervorragend. Haben sie hier komplett drauf verzichtet und bieten uns an sowas an. Also auf der einen Seite gut, Qualität, super, wie gesagt, man bekommt viele Mumpeln rein, aber es bleiben halt immer automatisch 15 Mumpeln im Magazin drin, die nicht gefeedet werden. Fahrter Beigeschmack, würde ich sagen. Auch hier von den Kosten kann ich euch leider noch nichts sagen, wo wir ungefähr liegen. Ich schätze mal, die werden auf circa dem Niveau von der PCC 45 liegen. Bedeutet circa 35 Euro, vermutlich für das Normale und für das Extended wahrscheinlich so um die 40 Euro. Geschätzt, wie gesagt, ich weiß es nicht, einfach nur spekuliert oder geschätzt von mir. Ansonsten, wie gesagt, sind in Ordnung von der Qualität her. So, wie gesagt, wollt ihr sowas nicht haben? Standard PCC 45 Magazin sind, glaube ich, 110, 120 Schuss, glaube ich, drin. 34 Euro finde ich optisch ein bisschen schöner und passt natürlich hier auch problemlos einmal rein. Es gibt beim Softair Store sogar noch ein Drum Mac, bedeutet, wer einfach ein bisschen übertreiben möchte mit 1500 Schuss im Magazin einmal drin, Drum Mac zur PCC 45 ebenfalls einmal kompatibel, 1500 Schuss kostet dann um die 80 Euro, glaube ich. Aber wie gesagt, es wäre ein Drum Mac einmal kompatibel zu diesem Modell. Gut, Leute, das soll es schon gewesen sein zum Thema Magazin. Dann machen wir auch im Schnellverfahren wieder Verarbeitungsqualität, Materialien und Passgenauigkeit. Werde ich vielleicht nicht ganz so detailliert durchsprechen wie sonst immer, denn wie gesagt, an sich kennen wir die Knifte eigentlich bereits. So, wir fangen vorne an und wie gesagt, hier dieser Verstärker einmal drauf und dieser Amplifier hier vorne einmal integriert in den Vorderschaft. Standard 14 mm Linksgewinde, das Ganze aus Polyamid-Kunststoff, also hier kein Alu oder sowas. Und wie gesagt, ein Verstärker ist letztendlich einfach nur so ein riesengroßes, hohles Rohr sozusagen, was letztendlich sogar den Schuss etwas verstärkt, weil wir auch eben sehr viel Volumen für diese Lauflänge drin haben. Bedeutet, diese ganze überschüssige Luft, was hinterherkommt, der Knall überträgt sich einfach und wird hier vorne ein kleines bisschen verstärkt auch noch. Also hier, meiner Meinung nach, gehört da irgendwie ein Tracer drauf oder ein kompakter Schalli oder sowas. Wie gesagt, 35 mm Durchmesser bringt er hier vorne einmal wunderbar rein. So, dann der gesamte Vorderschaft, vorhin auch schon angesprochen bei den Allgemeininformationen, ist komplett einmal aus Aluminium gefertigt. Also hier kein Polyamid-Kunststoff, sondern weiterhin Aluminium, wie bei der PCC45 auch, wird hier oben einmal sauber, quasi über Null- und Federsystem, mit dem Receiver einmal verbunden und dann später hier unten einmal geklemmt, über so eine Klemmung mit zwei Schrauben. So, hier von der Qualität hervorragend, auch die Fräsungen hervorragend, sitzt hervorragend auch dran. Kein Spiel, kein Wackeln oder sowas und die Verarbeitungsqualität einfach tipptopp. Wie vorhin auch schon angesprochen, diese M-Lock-Positionen könnt ihr natürlich bei dieser Länge hier getrost einmal ignorieren, denn wenn ihr das Ding einmal irgendwie anständig anfummelt, könnt ihr eigentlich vergessen, dass ihr hier noch irgendwas montieren könnt. Also das wäre nur möglich, wenn ihr irgendwie hier vorne noch einen Griff irgendwie unten dran macht ans M-Lock, damit ihr das Ding eben unten greifen könnt. Nur dann wäre einmal weiteres Zubehör einmal möglich. Komplette Receiver Upper-Lower findet man dann einmal aus Polamid-Kunststoff vor, hier also PA mit einem Glasfaseranteil. Und auch hier habe ich euch bei der GK12 auch angesprochen, dass G und G hier einfach von der Mixtur des Kunststoffes einfach weiß, wie man guten Kunststoff macht. Bedeutet, er hat genügend Glasfaseranteil, um solide zu sein, aber auch genügend Nylonanteil, um eben auch eine gewisse Flexibilität drin zu haben. Verwendet man zu viel Glasfaser, kann er schnell brechen. Verwendet man zu wenig Glasfaser, kann er ein bisschen zu weich werden. Aber hier von der Mixtur wirklich hervorragend, richtig, richtig guter Kunststoff. Von der Haptik her hervorragend, überall so ganz leichte Struktur einmal drin in der Oberfläche auf dem gesamten Receiver. Also Haptik hervorragend, fühlt sich absolut nicht billig an und unheimlich solide dieser Kunststoff. Ebenfalls die Passgenauigkeit und die Toleranzen sind perfekt, bedeutet, wenn da einmal alles zusammengeschraubt ist, upper und lower, da bewegt sich gar nichts mehr. Ihr könnt da drauf prügeln auf das Ding, ihr könnt da knarzen, ihr könnt da machen, was ihr wollt, da bewegt sich null. Und wie gesagt, da knarzt nichts, da scheppert nichts oder sowas. Also Kunststoff oder beziehungsweise Receiver wirklich hervorragend. Auch optisches Erscheinungsbild, ein bisschen was Abwechslungsreiches. Klar, ein bisschen angelehnt, UMP 45, SMG 45, hat man jetzt schon häufiger mal gesehen, auch bei Golden Eagle zum Beispiel. Hier also ein bisschen, ja ein bisschen daran angelehnt. Wie gesagt, optisches Erscheinungsbild ist aber Geschmackssache. Manchen gefällt es, manchen gefällt es vielleicht nicht. Ich finde es sehr, sehr gut, auch sehr stimmig von der Ergonomie her. Bedeutet, wenn ihr hier einmal rumgreift, der Pistolengriff ist relativ schlank, schön schmal gehalten. Hier auch Richtung, Abzug hin, zieht er sich schön schmal zusammen. Und ihr könnt natürlich auch wunderbar einmal den Finger lang machen, hier vorne reinlegen. Ihr kommt wunderbar einmal an eure Bedienelemente quasi einmal ran. Also Ergonomie, perfekt. Nur der eine Punkt, was mir nicht ganz so gut gefällt, was ich auch bei der PCC 45 schon angesprochen habe. Ich glaube, leider eine Standard V2 Gearbox drin und entsprechend mussten sie, im Vergleich zu der Original SMG zum Beispiel, mussten sie den Magazinschacht deutlich größer fertigen. Bedeutet, er ähnelt eher an eine 556 oder an eine AR-15, aber nicht an einen 9mm oder 45er. Bedeutet, ihr seht einfach da, einfach die Gearbox hier innen drin Platz finden muss und die Standard Hop-Up-Kammer Platz finden muss, ist einfach der Magazinschacht genauso groß wie letztendlich bei einer AR-15 auch. Hätten sie jetzt hier eine spezielle Hop-Up-Kammer vielleicht entwickelt und vielleicht die Gearbox noch ein bisschen reduziert von der Länge her und einfach eine spezielle Gearbox gemacht, dann hätte man diesen ganzen Magazinschacht auch etwas schlanker fertigen können und wäre dann einfach etwas näher an den originalen SMGs einmal ran gewesen. Wie gesagt, googelt einfach mal SMG 45, schaut euch das Ding mal an, sieht sehr sehr sexy aus. So, Bedienelemente, wie vorhin auch schon angesprochen, beidseitig nutzbar, bedeutet einmal der ganz normale Feuerwahlhebel 90 Grad, links wie auch rechts einmal nutzbar, klickt sauber in die einzelnen Positionen rein. Warum sie jetzt hier weiterhin auf 90 Grad gehen, anstatt wie bei der TR-16 auf 45 Grad, weiß ich nicht. Also ich finde gerade bei der TR-16, zum Beispiel bei der 308, die sind 45 Grad, Feuerwahlhebel finde ich fast mittlerweile deutlich angenehmer wie die 90 Grad. Bei uns in Deutschland ist es natürlich wirscht, wir spielen eben nur Safe und Semi, da ist es egal, aber gerade für Österreicher, Schweizer so 45 Grad, bedeutet einmal hier hättet ihr dann einmal Semi, oben hättet ihr der Fullauto, ist einfach der Weg einmal kürzer. Denn dieses System mit 90 Grad, dass man da komplett einmal rumfahren muss, ist doch mittlerweile etwas, ja etwas veraltet. Aber wie gesagt, das Ganze beidseitig nutzbar und dementsprechend natürlich auch für Linksschützen einmal ausgelegt, dieses Modell. Ihr seht auch, der Feuerwahlhebel vom Schützen aus auf der rechten Seite ist hier wieder einmal, ja ein bisschen schlanker wie vom Schützen aus auf der linken Seite, bedeutet, wenn ihr jetzt Linksschütze zum Beispiel seid, könnt ihr auch einfach die Feuerwahlhebel wieder einmal umtauschen. Bedeutet den von links nach rechts, von rechts nach links einfach umdrehen, denn hier habt ihr eben diese Aussparung dran, dass wenn ihr das Ding einfach hier einmal auf Semi habt, damit der Feuerwahlhebel hier nicht euren Abzugsfinger einmal stört. Seht ihr, der ist hier einfach ein bisschen schlanker auf der Seite. Für Linksschützen kann das Ganze aber ganz problemlos einmal ummontiert oder umgedreht werden. Wie vorhin auch schon angesprochen, letztendlich der Verschlussfang dann wieder mit Funktion und das Ganze ebenfalls einmal links oder rechts einmal nutzbar. Ist einfach schön zum Hop-Up einstellen, einmal aufziehen das Ding, arretiert sauber, hier innen G&G Rotary Hop-Up Kammer, einmal sauber Hop-Up einstellen, Verschlussfang wieder lösen, zack und fertig. Also hier auch gut umgesetzt und beidseitig nutzbar das Ganze. So, der Abzug ist dann einmal über den Mikroschalter. Ihr seht zunächst mal, wir haben wieder diesen Flat-Abzug von G&G drin, Standard G&G ETU und das Ganze über einen Mikroschalter. Bedeutet, wenn wir einmal umschalten auf Semi, ziehen wir den Abzug. Wir haben ein relativ hohes Abzugsgewicht eigentlich für eine SAEG. Bedeutet, die Feder ist ein bisschen straffer wie bei der ein oder anderen Knifte. Dementsprechend nimmt man hier im hinteren Bereich diesen kleinen Taster, nimmt man nicht wirklich wahr. Denn, wie gesagt, man muss relativ viel Feder einmal spannen und ganz hinten kommt einfach der Taster. Das ist aber relativ egal, denn wie gesagt, der Taster ist ganz hinten bei den letzten 2 mm. Und dementsprechend könnt ihr einfach den Abzug die ganze Zeit hier im hinteren Bereich halten und einfach hinten so im 3-4 mm Bereich einfach sehr, sehr schnell einmal triggern. Also hier auch, wenn man nicht komplett wahrnimmt, das Klicken nicht wirklich wahrnimmt, ist es dennoch schöner wie zum Beispiel bei einer Ares. Dann schauen wir uns nochmal kurz in der Nachaufnahme den Schaft im Detail an. Habe ich euch vorhin schon sehr viel darüber erzählt. Ist wirklich von der Qualität her und von der Umsetzung wieder hervorragend. Bedeutet, hätte ich jetzt eine PCC 45, würde ich mir gegebenenfalls diesen Schaft hier einmal als Spare Part oder als Ersatzteil separat einmal kaufen. Denn er ist einfach deutlich besser wie der Original von der PCC 45. So, ihr seht zunächst mal im Vergleich zu einer PCC 45 ist der gesamte Schaft um ca. 3-4 cm einmal kürzer geraten. Also ein bisschen zusammengeschrumpft. Aber wie vorhin auch schon gesehen, das Ganze problemlos in insgesamt 6 Positionen einmal in der Länge einstellbar. Und das finde ich einfach geil umgesetzt. Und selbst wenn ihr es den komplett auszieht, auf maximal, habt ihr hinten so gut wie kein Spiel einmal drauf. Also hier passt Genauigkeit hervorragend. Und auch selbes Material wie der gesamte Receiver. Bedeutet, hier ebenfalls sehr, sehr guter Polamidkunststoff einmal verwendet. Sauber verarbeitet und eben sehr, sehr geringe Toleranzen einmal. Auch die Schaftkappe hinten können wir uns noch angucken. Diese ist komplett einmal gummiert. Und ihr seht vielleicht, die ist relativ offen hier. Bedeutet, der Gummi oder der Gummi selbst ist zwar relativ hart. Da wir aber hier einfach so viele Öffnungen drin haben und entsprechend die Wandstärke hier hinten ein bisschen abnimmt, ist die Schaftkappe dennoch sehr weich. Also ein harter, robuster Gummi, aber eben das Ganze gedämpft über diese Pufferzonen oder über diese Löcher einfach. Dementsprechend, wie gesagt, es wirkt einfach weicher, obwohl der Gummi relativ hart ist. Und liegt perfekt einmal im Anschlag drin. So, Aufnahme, Trageriemenbügel, QDs, links, wieviel, einmal links, einmal rechts aus Stahl gefertigt. Und wie vorhin auch schon gesehen, die Wangenauflage natürlich in der Höhe einmal einstellbar. Position 1, Position 2, ich glaube es geht nochmal eine. Ja, hier Position 2, Position 3. Also insgesamt in drei Positionen, wie zum Beispiel bei der Masada. Und wie vorhin auch schon gesehen, hier hinten einmal, oder hier oben einmal kräftig reindrücken. Das ganze Ding ganz einfach abnehmen. Und hier hinten ganz bequem und easy einmal den Akku einlegen. Also Hut ab, G&G, richtig geiler, innovativer Schaft hier an dieser MXC9 einmal dran. Der einzige Punkt, der mich ein bisschen stört, wie bei der PCC auch, das ist eben hier einmal die Feder von dem Druckknopf. Die ist erstmal sehr, sehr straff, bedeutet, ihr braucht relativ viel Kraft, um das Ding einmal einklappen zu können. Dafür hält das Ganze aber auch problemlos. Aber wie vorhin auch schon angesprochen, leider, leider klingelt die Feder von diesem Druckknopf wieder ein kleines bisschen nach. Wie gesagt, macht den Druckknopf raus, kommt er von hier einmal ran. Dann nehmt den raus, nehmt die Feder, stopft ein bisschen Schaumstoff oder sowas rein und dann installiert den Knopf wieder. Damit ihr einfach dieses Federklingeln einmal wegbekommt. Denn auch der Aufprall vom Pisten oder der Aufprall, die Vibrationen von der Gearbox übertragen sich ebenfalls einmal auf die Feder hier hinten. Also da habt ihr auch, ja man hört so ein bisschen raus, auch wenn die Knüfte leider sehr, sehr laut ist. Aber trotzdem hier hinten eben, wie gesagt, die Feder, die klingelt ein kleines bisschen. Gut Leute, dann geht es einmal weiter im Text. Zunächst einmal Demontage zerlegen werde ich mir in diesem Video sparen. Denn wie am Anfang auch schon angesprochen, haben wir hier letztendlich eine etwas kompaktere PCC 45 vom Grundaufbau, vom Receiver, minimals ein bisschen abgeändert. Dementsprechend ist die Demontage aber 1 zu 1 exakt identisch zur PCC 45 und wenn ihr hier Hilfe benötigt bei dieser MXC 9, dann einfach in das Review reinschauen von der PCC 45. Ich werde es euch oben nochmal im Eck verlinken. Falls ihr hier irgendwie mal Lager tauschen müsst oder nachschmieren wollt oder sowas, findet ihr eben in diesem anderen Review einmal eine detaillierte Anleitung, wie ihr das Ding einmal auseinander nehmt. Wie gesagt, geht 1 zu 1 identisch, brauche ich kein zweites Mal einmal zeigen. So, dann würde ich sagen, machen wir direkt gleich mal mit den Internals weiter. Hier müssen wir auch nicht alles unbedingt so detailliert ansprechen, denn auch hier hat sich im Vergleich zur PCC 45 leider nicht viel geändert. Ich werde aber heute speziell auf ein paar Punkte eingehen, warum ich diese Kombination hier nicht wirklich so gut finde von G&G. Gerade Energie, wie am Anfang schon angesprochen, 1,5, 1,6 Joule ist für die Lauflänge von 100, 920 mm, ja übertrieben. Wie gesagt, die Internals, die Federstärke, sprechen wir uns einfach kurz im Detail einmal durch. Also, zunächst mal Gearbox Shell, ganz normale G&G G2 Gearbox, wie wir es jetzt schon seit einigen Jahren einmal kennen. Eine sehr, sehr gute Gearbox, unheimlich haltbar, habe ich schon öfters angesprochen, 8 mm Kugellagersystem. Hier vorne schöne Radien drin, einmal am Zylinder, auch hier hinten, also keine scharfe 90 Grad Kante. Und natürlich, wo G&G einfach Vorreiter war, die Gearbox hier im vorderen Bereich unten, richtig schön massiv konstruiert, richtig schön verstärkt. Und dementsprechend auch eine Tablet Plate nötig, die eben vorne sich etwas verjüngt oder eben vorne schlanker ist. Wie gesagt, G&G war da der erste Hersteller, der das so umgesetzt hat. Mittlerweile sind ein paar Hersteller einmal nachgezogen. Aber dadurch die Gearbox einfach unheimlich robust. Das bedeutet, ob das Ding jetzt, so eine G2, wenn ihr dann eine 150er Feder drin habt, das ist egal. Also, die Gearbox hält das problemlos einmal aus. Es gibt ein paar Punkte zu beachten bei der G2, wie auch bei der G2H, also bei der 308er Version, zum Beispiel in der TR16 Serie. Das ist die Lagerung bei G&G. Ihr seht zunächst mal, wir haben hier Standard 8 mm Kugellager und das an jedem einzelnen Gear. Hier, also am Sektor, hier oben am Spur und ebenfalls am Bevel einmal komplett Kugellager drin. Das ist an sich in Ordnung, aber hier auch ein kleiner Kritikpunkt meinerseits, auch wieder bezogen auf die Energie. So wie die Waffe out of the box kommt, betreibt ihr das Ding mit 1 Joule oder 1,1, 1,2 Joule. Also, es ist egal, lasst die Kugellager drin, passt perfekt. Hier wurde aber mit Ach und Krach irgendwie so viel Energie rausgekloppt aus dem Ding, dass eigentlich diese Kugellager nicht für diese Federeimer ausgelegt sind. Bedeutet, wollt ihr dieses kleine MXC-Ding wirklich mit 1,5 oder 1,6 Joule betreiben, dann hätte ich zum Beispiel am Sektor Gear keine Kugellager verwendet. Denn die verschleißen natürlich deutlich schneller wie Stahlaufbuchsen in Bezug auf die Federstärke, die hier standardmäßig drin ist. So, und der nächste Punkt ist, wo ihr auch aufpassen müsst, wenn ihr so eine G2 oder G2H Gearbox einmal drin habt bei eurem Modell. G&G versenkt die Lager vom Spurgear nicht. Bedeutet, ihr seht hier, diese beiden Kugellager sitzen einmal plan in der Gearbox drin, sind also bündig zur Wandung. Allerdings, die Lager vom Spur sitzen etwas erhoben und das auf beiden Seiten. Bedeutet, die sind einfach nicht zu tief in der Gearbox einmal drin versenkt. Da fehlt einfach der Flansch außen oder diese Senkung einmal außen. Und dementsprechend sind diese G2 wie auch G2H Gearboxen leider nicht zu anderen Gears oder zu fast keinen anderen Gears einmal kompatibel. Das kennt ihr auch zum Beispiel von der Nautilus, von Crytek. Da haben wir dasselbe Spiel, auch die, da passen nicht alle Gears einmal rein. Bedeutet, wenn ihr jetzt in der PCC45 oder in der MXC oder halt in irgendeiner anderen G2 andere Gears wollt, weil ihr einfach sagt, gut, ich brauche jetzt nicht so viel Energie, ich will zum Beispiel auf ein 13.1er Gearset gehen mit einem Stroke oder sowas. Dann müsst ihr aufpassen, wie gesagt, es passen nicht alle Gears einmal rein. Die einzigen Gears, die mir wirklich bekannt sind, die bei beiden Herstellern passen, also bei G&G wie auch bei Crytek, das sind diese Silbernen von Begadi. Die sind vom Durchmesser ein bisschen schmäler und die passen einfach bei G&G perfekt und bei Crytek in der Nautilus ebenfalls. Andere Gears, Prometheus, wenn ihr hernehmt, SHS Gears, egal was ihr wollt, die bringt ihr in diese Gearbox leider nicht rein, denn da könnt ihr das Spurgear nicht shimmen. Bedeutet, das klemmt euch bereits ohne shims einmal. Also hier ein kleines bisschen beachten, wenn ihr einfach ein 13.1er Gearset zum Beispiel haben wollt, nicht jedes Gearset ist hier einmal kompatibel zu dieser Gearbox Shell. So, also Gearbox ist, wie gesagt, Gearbox ist hervorragend von G&G, auch die Qualität ist wieder hervorragend und natürlich, wie vorhin auch schon angesprochen, wieder ein sehr, sehr gutes Federschnellwechselsystem einmal hinten drin. Also genauso wie bei der PCC 45 eben auch. Ihr könnt ganz einfach und komfortabel einmal eure Energie anpassen. So, da, dann, nee, Federstärke oder Energie sprechen wir später nochmal im Detail durch, machen wir weiter einmal mit den Gears. Hier ist auch letztendlich das Standard-Gear-Set drin verbaut, wie man es von G&G einmal kennt. Sehr solide Stahlgears, kann man eigentlich sagen. Bedeutet, hier von der Qualität schon mal sehr, sehr gut und erfreulicherweise natürlich hier das Sektor-Gear mit nur 13 Zähnen verbaut in der recht kompakten Waffe. War bei der PCC 45 ebenfalls drin verbaut und finde ich einfach hervorragend. Bedeutet, hier bereits schon ein Short-Stroke drin verbaut mit einem Sektor-Gear von 13 Zähnen. Bedeutet, die Feder, die hier Standard drin verbaut ist, wird natürlich nicht komplett einmal, aufgespannt, da wir eben keine 16 Zähne hier oben drauf haben, sondern nur 13 Zähne. Und natürlich, für die Lauflänge von 129 mm ist es locker ausreichend. Da hätte wahrscheinlich sogar ein Sektor-Gear mit 10 Zähnen, hätte wahrscheinlich locker gelangt. Aber hier schon mal schön gestrokt das Ganze und dementsprechend auch für Österreicher und Schweizer interessant oder eben für Zuschauer im Ausland, welche das Ding eben auch mit Burst oder mit Full-Auto betreiben. Hier könnt ihr auch problemlos einen 11.1er Akku einmal verwenden. Bedeutet, auch wenn ihr das Ding jetzt mit weniger Energie einmal befeuert, zum Beispiel, ihr wollt das Ding im CQB spielen, Full-Auto, mit einem Joule maximal oder sowas, ist auch ein 11.1-Volt-Akku eben möglich aufgrund des Short-Strokes. Da sind wir wieder bei dem Thema, Novrige SSR90, die hatte leider keinen Short-Stroke drin und war nicht ganz so gut umgesetzt. Also hier gerade für Full-Auto eben wichtig, ein, ja, ein gestroktes Sektor-Gear einmal drin verbaut. Und selbst, wenn ihr das Ding jetzt als 0,5-Joule-Version euch einmal kauft, weil ihr einfach sagt, gut, ich spiele nur 0,5 oder ich darf nur 0,5, weil ich halt noch keine 18 bin, dann ist einfach so ein Stroke einfach perfekt von der Drosselung her. Bedeutet, G&G kann dann bei der 0,5-Joule-Version zum Beispiel eine etwas stärkere Feder verbauen, um aber dennoch nicht höher wie 0,5-Joule zu kommen. Und das wiederum hat natürlich den Vorteil, dass ihr einfach auch eine etwas höhere Kadenz fahren könnt, ein bisschen stärkeren Akku verwenden könnt, im Vergleich zu einem vollen 16-Zahn-Sektor-Gear. Also Stroke 13 Zähne hervorragend, Untersetzung aber natürlich weiterhin Standard 18 zu 1. Hier wäre natürlich gerade in so einer kompakten Knifte, um das Ansprechverhalten noch ein bisschen flotter zu bekommen, wäre so ein 13-1er-Gear-Set, wäre ja natürlich schon sehr, sehr fein gewesen. Aber gut, wie gesagt, Standard 18 zu 1. Das Einzige, was mir heute noch aufgefallen ist, gerade im Vergleich zu anderen G&G-Kniften und auch gerade zur AK-12, nochmal im Vergleich, die wir jetzt vor kurzem im Video hatten, ist leider auch der Geräuschpegel von den Gears hier in dieser MXC9 leider nicht ganz so gut. Ihr habt es vorhin schon gehört, bedeutet hier leider standardmäßig bei meinem Modell, out of the box, doch ein relativ starkes Kreischen einmal wahrzunehmen. Und das bin ich eigentlich von G&G-Gears nicht gewohnt. Bedeutet, hier gehe ich ganz stark davon aus, dass eventuell der Motor etwas schlecht zum Bevelgear einmal eingestellt war. Bedeutet, wer sich gut auskennt und die Knifte ist einfach zu laut und kreischt ein bisschen, dann würde ich sie gegebenenfalls nochmal nachschimmen und eben auch als Bevelgear einmal sauber zum Piniongear einmal schimmen, damit ihr dieses Kreischen ein bisschen wegbekommt. Denn wie gesagt, im Regelfall sind eigentlich G&G-Gears deutlich laufruhiger, wie bei diesem Modell jetzt hier. Wie gesagt, wer sich auskennt, gegebenenfalls etwas nachschimmen und einmal Motor sauber einstellen. So Leute, und jetzt wird es ein bisschen umfangreicher, jetzt schauen wir uns die restlichen Komponenten an, das gesamte Zylinderset und Pistonset und gehen ebenfalls einmal auf die Feder ein. Denn wie gesagt, hier gibt es heute vermutlich meinerseits, ich weiß noch nicht, Neutralpunkt oder Kritikpunkt, kann man sehen, wie man will. Ich finde aber so, wie das Ding jetzt out of the box kommt, mit der Energie, mit diesen Internals, nicht ganz so gut kombiniert von G&G. So, zunächst mal Pistonset, hier ein bisschen enttäuscht, muss man leider sagen. Weiterhin, gut, der Pisten vom Material her ist in Ordnung, das ist ein POM-Pisten. Aber ihr seht auch hier wieder, der alte G&G-Pisten verwendet mit kompletten Kunststoffzähnen im hinteren Bereich. Und wenn ihr jetzt einfach mal bei Google eingebt, G&G-Pisten Problems oder Crashed oder Damaged oder whatever, werdet ihr leider sehr, sehr viele Bilder einmal finden, wo diese Pisten komplett verratzt ist. Auch wir hatten jetzt im Discord erst vor einer Woche den Fall von Kollegen, auch vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht 5000 Schuss durch, komplette Zähne, der hinterste Zahn komplett abgenudelt, der Zahn komplett abgenudelt. Also das kann ich heutzutage eigentlich nicht bringen, gerade in Bezug auf die Energie. Bedeutet, wenn ich schon mit Ach und Krach hier so eine kompakte Waffe ausliefer, als High-Velocity-Version und hier eine circa M160 Feder reinballer, dann erwarte ich mir als Kunde auch einen Pisten mit Stahlzähnen. Hätte jetzt die Waffe nur ein Joule für CQB, wo ich sie einfach eher sehe, dann würde ich sagen, gut, dann ist der Pisten in Ordnung für wenig Energie. Aber definitiv nicht für 1,5 bis 1,6 Joule. Wie gesagt, hier leider weiterhin Kunststoffzähne drauf. Bei der GK12 oder bei der AK12 haben sie einen guten Pisten reingebaut mit Stahlzähnen. Der ist deutlich haltbarer, hätte hier meiner Meinung nach ebenfalls einmal rein müssen. Haben sie leider nicht gemacht. Dementsprechend heute schon mal erster Kritikpunkt. Pisten für die Energie, wie die Waffe kommt, nicht ausgelegt. Wie gesagt, für 1 Joule, wenn er in der Halle spielt oder sowas, können er ein Problem muss drin lassen. Und natürlich auch weiterhin, leider auch nicht mehr Stand der Zeit, weiterhin der Kunststoffpisten hat drin verbaut. Hier wieder in der ventilierten Version, bedeutet Kunststoff mit Ventilation, ein O-Ring einmal drauf, das ist in Ordnung, aber halt auch nicht für die Energie. Auch hier muss man sagen, ja, für 1 Joule, für 1,2, lasst das Ding drin. Für mehr, so wie das Ding kommt, 1,5, 1,6, auf keinen Fall. Da wird euch früher oder später, wird euch das Ding einmal wegbrechen hier vorne. Der vordere Ring oder der vordere Kreis hier. Also hier muss man klar sagen, eigentlich von G und G nicht gut kombiniert, bei dieser High-Velocity-Version. Hätten das Ding mit 1 Joule ausgeliefert, wäre es deutlich besser gewesen, gerade Kombination von Internals. So, dann auch Zylinder und Zylinder-Head und Nozzle, müssen wir sagen, gut Standard, aber auch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen hinterher. Zylinder ist in Ordnung, ist ein Aluminiumzylinder, Typ C, mit Reduktion oder mit Volumenreduktion einmal drin. Ist natürlich locker ausreichend vom Volumen, klar. Wir haben nur 129 mm Lauf, dementsprechend in Ordnung. Aber hier vorne halt auch wieder ein Standard-Plastik-Zylinder-Head drin, den man schon seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren einmal kennt. Also hier ein absolut nichts besonderes Preis-Leistungs-Verhältnis. Etwas, ja, vielleicht ein bisschen fragwürdig. Auch bei der Nozzle, Standard-Kunststoff ohne O-Ring hinten drin. Und auch wenn ihr einmal den Drucktest quasi macht, merkt ihr sofort wieder, der Zylinder-Head selbst dichtet hervorragend zum Zylinder ab. Also hier können wir nicht maulen. Aber die Nozzle ohne O-Ring, die bläst halt einfach ab. Bedeutet, ihr seht, wenn ihr da mit Schmackes reindrückt, sagt, zack, zack, zack. Bedeutet, hier bläst einfach oder verliert einfach die Nozzle oder verliert ihr einfach ein bisschen Druck im System, da die Nozzle einfach nicht, ja, mit einem O-Ring ausgestattet ist. Das finde ich auch ein bisschen schade. Haben sie bei der GK12 auch deutlich besser einmal gemacht. Dementsprechend hätten sie jetzt hier eine Nozzle reingebaut mit O-Ring, damit sie einfach keine Luft oder keinen Druck verlieren. Dann hätten sie vielleicht auch hier bei dieser Knifte nicht nur so eine unheimlich starke Feder hier einmal einbauen müssen. Also wer ein bisschen was machen möchte, Nozzle tauschen gegen eine mit O-Ring. Hier wichtig, die Länge bei dieser MXC sind nicht Standard 21-2, wie man es von G&G kennt, sondern hier haben wir eine Kunststoff Nozzle mit einer Länge von 21,35 mm. Ist also etwas länger geworden im Vergleich zu den anderen G&G-Waffen, die es auf dem Markteimer gibt. Aber auch hier wieder der Punkt, sie haben ja bereits in der TR-16-Serie damals eine Aluminium Nozzle drin gehabt mit O-Ringen. Warum immer dieser komische Misch bei den Modellen? Warum nicht einfach in jedes Modell eine gute Nozzle rein aus Aluminium mit O-Ring, dann hätte sich doch die Sache erledigt. Und ob man das jetzt aus Kunststoff fertigt, aus Alu, dann kostet das Ding halt 2 Dollar mehr. Who cares? Also hier ein bisschen schade, weiterhin Nozzle ohne O-Ring würde ich gegebenenfalls einmal tauschen. So, und jetzt wie gesagt, jetzt bin ich bei den ersten Dingen oder auch gerade beim Pisten ein bisschen auf die Energie eingegangen, denn hier muss man jetzt klar differenzieren und dementsprechend bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich diese Internals heute einmal bewerten soll. Wie gesagt, hätte die Waffe jetzt 1 Joule, 1,2 Joule, würde ich sagen, ja, okay, Preis-Leistungs-Verhältnis vielleicht nicht das Beste. Definitiv ausbaubar, gerade im Vergleich zu anderen Herstellern. Bei dieser High-Velocity-Version muss man es eigentlich als Kritikpunkt geben, denn G&G ballert in dieses Ding eine M160 Federeimer rein. Das ist eine M160, bedeutet, ihr könnt das Ding nicht mal mit der Hand irgendwie ansatzweise, gut ein bisschen, irgendwie komprimieren hier. So, es würde also hier mit Ach und Krach irgendwie versucht, mit dieser kurzen Lauflänge viel Energie rauszubekommen. Natürlich, Lauflänge gibt es auch oder ist auch entscheidend, wie viel Energie bekommt man raus. Je kürzer der Lauf, desto stärker muss die Feder sein, um auch eine gewisse Energie einmal erreichen zu können. So, und jetzt haben wir hier eben bloß einen Lauf von 129 Millimeter und dementsprechend knallen sie da halt eine 160er Feder rein, damit sie überhaupt auf 1,5 bis 1,6 Joule kommen. Und das ist meiner Meinung nach ein bisschen Quatsch. Da hätte man die Waffe problemlos einmal mit einem Joule ausliefern können, vielleicht mit 1,2 Joule maximal. Und dann hätte ich gesagt, okay, dann ist es von den Internals irgendwo wieder ein bisschen stimmig. Hier haben wir jetzt aber eine krasse Diskrepanz drin. 160er Feder. Natürlich, wir haben Short Stroke, wir haben nur 13 Zähne, bedeutet, die Feder wird natürlich nicht komplett komprimiert. Dennoch ist es circa eine M140. Aber dann lassen sie den Pisten mit Plastikzähnen drin. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wie lang das gut gehen wird. Und gerade im Ausland, wenn Österreicher einfach das Ding im Full Auto spielen, mit 1,5 Joule, weil sie halt sich denken, gut, es wird schon klappen. Das könnt ihr vergessen. Bedeutet, der Pisten wird euch hinten einfach sehr, sehr schnell einmal verschleißen und dann müsst ihr das Ding so oder so rauspfeffern. Also hier, wie gesagt, für weniger Energie eigentlich ausgelegt von den Komponenten, aber bei der High-Velocity-Version einfach eine zu starke Feder einmal reingeknallt, um hier auf Energie zu kommen. Und dafür sind die Komponenten, die hier verbaut sind, leider nicht ausgelegt. Natürlich, der Motor zwitschert die Feder problemlos weg. Das ist ein guter Motor, der hier drin ist. Aber Pisten, Pisten-Head, hätte ich so nicht kombiniert. Dementsprechend Bezug oder Kombination, Federstärke, Internals, werde ich heute vermutlich einen Kritikpunkt einmal geben. Gut, dann schauen wir uns ETU auch noch ganz kurz an. Habe ich jetzt auch schon des Öfteren angesprochen. Und wir haben hier weiterhin die Standard G&G ETU drin verbaut, die wir kennen. Bedeutet hier auch wieder Akkuüberwachung mit an Bord, die Zyklenüberwachung mit an Bord. Und das Ganze läuft natürlich über einen Mikroschalter am Abzug. Bedeutet, ihr drückt hier letztendlich, wenn wir mal den Abzug rausnehmen, drückt hier innen quasi mit dem Abzug, gegen so einen kleinen Taster hier dagegen, der letztendlich einmal den Schuss löst, beziehungsweise den Schuss einmal bricht. Dann habt ihr hier im inneren Bereich nochmal einen kleinen Mikro-Taster. Und hier wird das System weiterhin über einen Cut-off-Lever angesteuert. Bedeutet, ihr habt diesen Mikro-Taster zur Abnahme von dem Zyklus nicht direkt am Steuernocken dran, wie man es von anderen mechanischen Systemen einmal kennt, sondern der Mikroschalter ist hier innen verbaut und ihr steuert einfach diesen weiterhin über den Cut-off-Lever einmal an. So, und die ETU von G&G funktioniert hervorragend. Da kam überhaupt nichts schimpfen. Nur wieder der eine Punkt, was ein bisschen schade ist, jetzt nicht unbedingt bei dieser MXC9 und auch nicht unbedingt bei der PCC45, aber die gesamte Platine ist wieder extern. Bedeutet, ihr habt hier letztendlich euer Switchboard mit den ganzen Tastern drauf, dann habt ihr hier ein Kabel einmal durch, worüber diese Taster einfach gesteuert werden. Bedeutet, es läuft alles wieder hinten, standardmäßig, wie man es von G&G kennt, auch die externe Platine einmal drauf. Wie gesagt, hier ist es jetzt nicht ganz so schlimm, es wird alles hier hinten drin einmal sauber verstaut. Bei M4-Modellen finde ich es ein bisschen schade, denn das kostet natürlich etwas Platz für den Akku. Und wie auch schon bei der PCC45 damals angesprochen, hätte G&G ein komplettes internes System, dann hätten sie auch diesen Versatz von Receiver zum Schaft etwas kompakter machen können. Das sieht immer noch nicht ganz so prickelnd aus, aber mit dem neuen Schaft kommt es schon deutlich besser, wie bei der PCC45. Hat aber natürlich auch weiterhin einen Vorteil, bedeutet, wenn mal das MOSFET oder wenn die ETU mal abraucht, dann könnt ihr natürlich das Ganze ganz einfach ausstecken, hier ein neues Bauteil einmal einstecken, zack, fertig. Ihr müsst sozusagen die gesamte Gearbox nicht ausbauen, ihr müsst die gesamte Gearbox nicht öffnen, hat also gerade hier, was Thema Wartung oder Instandsetzung einmal angeht, einen gewissen Vorteil, wenn das Ganze extern ist. Wie gesagt, hier bei dieser MXC wie auch bei der PCC würde ich es nicht kritisieren, ja, es kostet hier hinten leider ein bisschen Platz, aber es ist nicht störend, wie bei einer M4 Buffer Tube zum Beispiel. So, wenn wir jetzt gerade den Schaft mal noch da haben, ein kleiner Punkt, was wir uns vielleicht gleich noch angucken können. Ihr seht, hier hinten laufen einmal, wartet mal, ich zoome mal noch ein bisschen raus. Ihr seht, die Kabel, also Plus und Minus laufen hier hinten einmal, ja, hier oben einmal rein und hier unten einmal rein. Und wenn man sich jetzt diesen Schaft einmal anschaut von der gegenüberliegenden Seite, da seht ihr absolut null Kabel einmal rauskommen. Das könnte man vielleicht davon ausgehen, gut, vielleicht ist das Ganze ja irgendwie über Induktion oder sowas oder kontaktfrei. Nein, ist es jetzt nicht. Bedeutet, ihr habt jetzt hier nicht irgendwie so Induktion wie bei Marui drin, sondern der Kontakt oder die Kontakte Plus Minus laufen hier innen quasi ins Scharnier rein. Bedeutet, wenn ihr hier oben die Schraube mal löst, dann seht ihr einfach, dass hier innen drin quasi das Kabel mit einem Messingstift verbunden ist, quasi im oberen Bereich einmal Plus, im unteren Bereich einmal Minus und dieser Messingstift wiederum geht dann nach innen rein, wo dann letztendlich die inneren Kabel einmal drauf gelötet wurden. Sozusagen fließt der Strom hier innen über so Messingwellen einmal, oder so, ja, über so Messingwellen einfach einmal drüber. Also hier nicht irgendwie kontaktfrei, finde ich aber dennoch hervorragend umgesetzt. Bedeutet auch, wenn ihr das Ganze einmal einklappt, habt ihr letztendlich hier hinten dann keine Kabel irgendwie rauskommen, es ist alles sauber verstaut und die Waffe kann natürlich auch im eingeklappten Zustand einmal betrieben werden. Also hier nicht irgendwie denken, dass es irgendwie jetzt, ja, Induktion oder so ist, nee, wie gesagt, es läuft alles hier innen drin im Scharnier letztendlich. Wo ihr da vielleicht ein bisschen aufpassen müsst, das ist die obere Schraube, das kann ich euch vielleicht gleich mal zeigen. Ich habe mir das vorhin mal ganz kurz angeschaut gehabt. Hier ein bisschen aufpassen, dieser Deckel oder diese, ja, dieser Deckel sitzt hier letztendlich nur mit so einer ganz dünnen Schraube einmal drauf. Hier seht ihr im inneren Bereich auch gerade, wie gesagt, dieses Messingteil, wo einfach der Strom einmal durchfließt. Und diese Kappe ist mit dieser kleinen Schraube einmal befestigt. Und ihr seht, allein die Schraube an sich hat, wenn es hochkommt, vielleicht gerade mal zwei Gewindegänge und greift in Kunststoff rein. Bedeutet, solltet ihr hier mal auf die Idee kommen, das zu öffnen, schraubt die Schraube wirklich nur ganz, ganz leicht und schön gerade einmal rein und zieht sie bloß nicht fest. Ansonsten habt ihr hier kein Gewinde mehr drin. Gegebenenfalls würde es sich sogar anbieten, die obere wie auch die untere Schraube mit einer mittelfesten Schraubensicherung einmal ein bisschen zu sichern. Denn wie gesagt, die greift halt nicht wirklich, ja, tief einmal in irgendwie ein Gewinde einmal rein. Dann möchte ich noch mal ganz kurz auf die ETU zurückzukommen, gerade was die Kompatibilität angeht. Denn auch hier kommen relativ häufig Fragen. Bei dieser G2, wie auch bei der G2H-Gearbox, passen nicht alle EFCS-Systeme einmal rein. Bedeutet, ihr könnt jetzt nicht ohne weiteres hergehen, zum Beispiel bei der G2H, und könnt da ohne Probleme einen Gate Titan reinbauen. Das funktioniert nicht. Also hier Kompatibilität ein bisschen zu beachten, wenn ihr ein anderes EFCS-System einmal verwenden möchtet. Und was ebenfalls nicht funktioniert, dass ihr jetzt hier irgendwie hergeht und für die G&G irgendwie einen Speed Trigger reinbaut. Sei es jetzt ein Retro Arms, ein Max, ein Speed oder sowas. Das funktioniert auch nicht, denn der Trigger oder der Abzug ist bei G&G etwas anders geformt. Bedeutet, ihr seht hier ist ganz normal euer Abzug und habt im oberen Bereich einfach hier so ein kleines Blech einmal drauf geschraubt. Und dementsprechend, sowas habt ihr eben bei diesen ganzen Speed Triggern nicht. Und diese sind entsprechend einfach nicht zu dieser G2H oder zu dieser ETU einmal kompatibel. Also nicht jetzt auf die Idee kommen, gut, ich möchte ein bisschen noch einen kürzeren Abzugsweg haben. Ich mache mir hier jetzt einfach einen einstellbaren Trigger rein. Das funktioniert mit der G&G ETU nicht. Wie gesagt, ihr seid hier auf den Original Trigger oder auf den Originalabzug einmal angewiesen. Dann schauen wir uns noch kurz Lauf- und Hop-Up-System an. Hier hat sich natürlich auch nicht großartig was geändert, bis auf die Lauflänge und auch das Laufmaterial. So, fangen wir aber zunächst mal bei der Hop-Up-Kammer an. Hier haben wir weiterhin die Rotary Hop-Up-Kammer von G&G drin installiert. Und die ist gut. Die ist wirklich gut. Das Einzige, was man bei dieser Hop-Up-Kammer vielleicht ansprechen könnte, dass sie eben über Klicks läuft und nicht stufenfrei. Dementsprechend lässt sie sich vielleicht nicht ganz so fein einstellen, wie jetzt eine Retro Arms oder eine Max. Aber das Ding funktioniert dennoch wirklich klasse. Also ich hatte ja auch bis jetzt noch nirgendwo irgendwie ein Problem. Selbst wenn ich jetzt ein R-Hop-Bucking einmal verwendet habe mit einem großen 5mm Tensioner, hatte ich auch noch nicht das Problem, dass irgendwie der Druckaufbau zu aggressiv war. Also auch das ist mit diesem Klick-System, hat das Ganze funktioniert. Also hier die Hop-Up-Kammer von G&G. Wie gesagt, finde ich klasse. Können wir definitiv nicht schimpfen. Qualitätssuppe, sitzt sauber drin und lässt sich ebenfalls gut einstellen. Nur eben halt nicht stufenfrei, sondern über Klicks. So, dann der Lauf. Wie vorhin schon angesprochen, natürlich ein sehr, sehr kurzer Lauf einmal drin. Gerade einmal 129mm in der Länge mit einem Standard 6,08mm Innendurchmesser und einem Hop-Up-Fenster von 5, weiß ich nicht, schauen wir mal. Ja, 5mm, 5,04mm einmal hinten drin und dementsprechend auch zu R-Hop-Buckings oder zu Flat-Hop-Buckings oder whatever. Einmal ganz normal kompatibel. So, Qualität muss ich euch leider sagen, es ist einfach nur ein Aluminiumlauf, der nicht mal irgendwie hart beschichtet ist. Bedeutet, selbst wenn ihr hier nur ganz, ganz leicht mal über das Material drüber fahrt, das ist ein ganz weiches Alu. Irgendwie 60, was ist das? 60, 61 oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Also gerade im Vergleich irgendwie zu 70, 75 nicht zu vergleichen. Wirklich sehr, sehr weich einmal dieses Aluminium. Finde ich jetzt nicht ganz so gut. Klar, wie gesagt, er ist leicht, er ist in Ordnung und ihr könnt auch Problemlos verwenden. Aber ihr müsst ein bisschen aufpassen beim Putzen, dass ihr eben jetzt nicht irgendwie mit zu harten, ja, harten Bürsten oder sowas einmal reingeht. Wie gesagt, sehr, sehr weiches Material, Standard-Aluminium und eben nicht hart beschichtet, wie man es zum Beispiel von ICS oder sowas einmal kennt. So, und wie gesagt, sehr, sehr kurz das Ganze. So, auch das Bucking ist ein bisschen gut, kommt ein bisschen darauf an, wie ihr das eben jetzt verwendet. Wir haben ganz normal Standard-Bucking drin, wie man es kennt von G und G, bedeutet auch hier wieder dieses Backs oder dieses V-Shape, bedeutet zwei Nupsis von der Patchfläche einfach, links und rechts einmal. Und das Ganze kombiniert mit einem Standard-Runden, 3-Millimeter-Tensioner mit Loch einmal drin. Also hier das Ganze ist sehr, sehr weich. So, und wie gesagt, jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wo oder wie wollt ihr jetzt diese MXC einmal einsetzen? Wie gerade bei den Internals auch schon gesagt, für mich ist das einfach eine CQB-Waffe. Für mich sollte das Ding vielleicht 1 Joule, maximal 1,1 haben, fertig, ausreichend. Und dann schieße ich in dem Ding von mir aus 0,25, maximal vielleicht 0,28, fertig. Und dann schieße ich mit dem Teil halt auf 30, 40 Meter maximal. So, und hier muss man sagen, für so wenig Energie ist eigentlich das Hop-Up-System so, wie es kommt und für das Kugelgewicht eigentlich in Ordnung. Bedeutet, geht ihr jetzt runter von der Energie, könnt ihr das Ding Problemlos einmal in der Halle betreiben und müsst jetzt nicht hergehen und müsst jetzt anfangen, irgendwie das Bucking zu tauschen. Wie gesagt, für kürzere Distanzen oder für den CQB-Bereich funktioniert das Hop-Up tadellos. Da können wir nicht schimpfen. Also hier haben wir genau das Gegenteil eigentlich im Vergleich zu dieser GK-12, die wir jetzt eben letzte Woche im Video hatten. Die GK-12 ist für mich eher Mid-Range, High-Range Bereich. Bedeutet, das Ding sollte halt schon auf 60, 70 Meter einmal treffen können, so eine GK-12. Das muss aber so eine MXC eben nicht, dass sie einfach kompakt ist. Wie gesagt, man spielt damit schneller, man spielt damit in Hallen und da schieße ich einfach nicht auf diese Entfernungen. Und dementsprechend kann ich in der Waffe das Hop-Up-System eben drin lassen, was ich bei der GK-12 eher als etwas kritisch betrachtet habe, je nach Kugelgewicht. Also hier, wie gesagt, ich würde mir das Ding auch für den CQB-Bereich aufbauen. Ein Tool, 1,1 Tool, vielleicht 1,2, je nachdem, was man halt spielen darf. Dann nehme ich in dem Ding 0,5,20, die fliegen noch ordentlich schnell und gut ist. Und dann kann ich das Hop-Up-System problemlos einmal drin lassen. Dementsprechend, wie gesagt, Thema Hop-Up würde ich fast heute sogar positiv einmal betrachten. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Review zur brandneuen G&G MXC9. Es fehlt abschließend wieder mein ganz persönliches Fazit. So, beginnen wir wieder beim Standardpunkt eigentlich bei G&G. Das ist auch hier wieder die Verarbeitungsqualität. Habe ich damals bei der PCC45 eben auch schon angesprochen. Der gesamte Receiver, die Passgenauigkeit, das Material, die Toleranzen sind klasse. Wie gesagt, können wir gar nicht schimpfen, das Material ist unheimlich solide, auch wenn es eben nur Kunststoff ist. Es fühlt sich von der Haptik gut an, es knarrt nichts, es verwindet sich nichts, es ist solide. Dementsprechend komplette Verarbeitungsqualität, wie man es eigentlich von G&G gewohnt ist, auch hier wieder hervorragend. Zweiter Pluspunkt ist der Schaft. Den feiere ich ein bisschen. Habe ich euch damals bei der PCC45 angesprochen. Der verbaute Schaft war mir, der war mir zu lang und man konnte ihn nicht einstellen. Hier also jetzt einen neuen Schaft entwickelt und natürlich auch kompatibel zur PCC. Bedeutet, wenn ihr schon eine 45er zu Hause habt und sagt, der Schaft könnte ein bisschen kompakter sein, stellt euch das Ding als Bärpart, ballert einen Rand, passt perfekt, müsst ihr halt die Kabel auf ein bisschen umstecken. So, also der Schaft ist super. Zunächst mal Qualität hervorragend, auch hier kein Spiel irgendwie im Scharnier irgendwas drin. Die Ströme oder der Strom quasi durchs Scharnier durchgeführt. Dementsprechend, wenn ihr das Ding einmal aufklappt, hier hinten keine Kabel, die irgendwie rauskommen oder sowas. Er hält perfekt, er arretiert, er arretiert einmal sauber. Nur eben das Klingeln mit dem Knopf, das habe ich damals schon kritisiert. Das ist der einzigste Punkt, der mich ein bisschen stört. Sauber einstellbar, einmal in der Länge. Wie gesagt, und auch das hier oben über die, über die Wangenauflage hier oben zum Akku einlegen. Ey, das ist doch von G und G mega geil konstruiert. Also sorry. Also hier der gesamte Schaft, den feiere ich und hier gebe ich definitiv einen Pluspunkt, denn den haben sie hervorragend einmal konstruiert. Also Schaft, super, gebe ich einen Pluspunkt. Wie bei der PCC auch, natürlich auch dieses Modell einmal, bleibst du es bitte stehen, auch dieses Modell einmal komplett beidseitig nutzbar. Dementsprechend auch für Linkschützen hervorragend geeignet. Feuerwahlhebe, 90 Grad System, beidseitig nutzbar. Verschlussfang, gut, wenn man braucht. Auf jeden Fall auch beidseitig. Und Magazinhalter unten kommen da natürlich auch problemlos ran. Dementsprechend Ambidextures oder beidseitig nutzbar, gebe ich auch einen Pluspunkt. Und nächster Pluspunkt ist dann Thema Hop-Up. So wie die Waffe kommt oder wo ich sie sehe, für was sie ausgelegt ist, wie gesagt, kompakte Gelände halmt oder sowas, 40 Meter, ist das Hop-Up perfekt geeignet. Also hier genau, genau das krasse Gegenteil eigentlich zur GK12 oder eben zu Langwaffen. Hier verwendet ihr eben keine 0,36, da macht ihr keine 0,4 Gramm rein. Denn wie gesagt, macht das Ding runter, ein Tool oder eins, zwei, dann haut ihr da eure 0,25 oder 0,28 Gramm rein. Und dafür funktioniert das Hop-Up System wirklich gut. Also ihr müsst hier nicht jetzt hergehen und müsst anfangen jetzt irgendwie ein Bucking zu tauschen, weil ihr mehr Grammaturgewicht einmal verwenden wollt oder eine höhere Grammatur. Nein, lasst das Ding out of the box, geht mit dem Ding in die Halle, fertig, Spaß haben. Also Hop-Up, gute Hop-Up-Kammer, gebe ich gesamtes Hop-Up System für CQB einen Pluspunkt. So, nächster Pluspunkt auch wieder der Ifrit hier drin. Das war damals bei der PCC 45 noch nicht so ganz klar. Da hatte ja mein Modell noch den 18K, den sehr schwachen Motor im Auslieferungszustand, hatte es ja dann aber den Ifrit drin. Und auch hier ist jetzt bereits der Ifrit drin verbaut und das ist einfach ein guter Motor. Also der läuft butter, butterweich. Wie gesagt, er plagt sich auch null, selbst mit der total brutalen, übertriebenen Feder, die hier drin ist. Nein, klatscht die Feder weg, fertig. Also Motor definitiv, gebe ich einen Pluspunkt. So, mein letzter Pluspunkt, habe ich lange überlegt, gebe ich es als Pluspunkt oder vielleicht doch lieber als Neutralpunkt. Daher es immer noch Systeme gibt, die gar kein Federschnellwechselsystem haben, gebe ich es als Pluspunkt. Zwei Schrauben hinten lösen und ihr kommt direkt einmal an den Spring Guide und entsprechend an eure Feder ran. Dann könnt ihr das Ding ruckzuck in vielleicht 5 Minuten einmal drosseln, eben für euer Gelände oder anpassen für euer Gelände. Einen kleinen Punkt gibt es, sprechen wir gleich an, aber zunächst mal Pluspunkt, Feder, Schnellwechselsystem. So, Neutralpunkt, denn mein erster Neutralpunkt, speziell basierend auf diesem Modell, ist auch das externe MOSFET oder die externe ETU. Wie gesagt, bei einer GK12 stört es nicht, ist vorne im Vorderschaft drin, juckt keinen. Bei einer AR-15 ist es schon wieder kritischer, denn diese externe ETU kostet euch Platz in der Buffertube. Also weniger Akkukapazität einmal möglich. Hier bei der PCC45 oder auch bei der MXC9 kostet das Ganze jetzt kein Platz für den Akku. Natürlich, ihr bekommt den Akku hier hinten rein, aber G&G musst du dennoch den Receiver länger machen, damit sie hier hinten die Platine einmal reinbekommen. Hätten sie jetzt eine interne oder ein internes EFCS oder eine interne ETU, hätten sie sich einfach diesen Abstand hier, quasi von dem Winkel hoch bis hier hinten hin, einmal sparen können. Dadurch wäre einfach der Schaft noch mal kompakter geworden. So, aber wie gesagt, das ist nur eine kleine Designentscheidung, was man aber ebenfalls ansprechen muss, wie beim Federschnellwechselsystem schon gesagt, wenn ihr da die Feder tauscht und den Schaft wieder installiert, müsst ihr unheimlich auf die Verkabelung und auf die Platine ein bisschen aufpassen. Bedeutet, ihr müsst das alles schön irgendwie da hinten reinlegen, damit die Kabel nicht irgendwie von der Platine wegbrechen oder die Lötverbindung sich löst oder so. Ihr müsst aufpassen, dass ihr mit den Schrauben später nicht irgendwie aufs Kabel drauf drückt. Also hier ist ein kleines bisschen fummelig nach dem Federwechsel, den Schaft einmal wieder sauber zu verbauen, da die ETU einfach extern ist. Muss man ein bisschen beachten. So, nächster Neutralpunkt gebe ich auf die Magazine. Auf der einen Seite finde ich es geil, so viel Kapazität oder so viel Mumpeln in so ein kompaktes Magazin einmal rein zu bekommen. Wie gesagt, ist ein Quadstack-Magazin, das Extended, mit 170 wird es angegeben, es passen aber halt nur 155 rein. Und das ist locker ausreichend. Versteht mich nicht falsch, das ist locker, locker ausreichend. Aber ich kann doch kein Magazin mit 170 Schuss bewerben oder angeben, wenn standardmäßig 15 Schuss immer drin bleiben, die gar nicht erst gefeedet werden. Vielleicht ein bisschen persönlich, meine Meinung, andere werden es wahrscheinlich nicht ansprechen, den Punkt. Aber ich finde es einfach schade, dass G&G hier einfach auf dieses Follower-System einfach weggegangen ist. Wie gesagt, ich finde es einfach geil, die anderen G&G-Magazine mit dem langen Follower. Die letzte Kugel wird gefeedet, hervorragend. Und hier setzen sie den Follower hier unten ins Magazin rein. Und die oberen 15 Schuss bleiben automatisch immer im Magazin drin. Finde ich, ja, finde ich nicht ganz gut umgesetzt. Dementsprechend kleiner Neutralpunkt. Super Magazine, feeden hervorragend, Qualität, klasse. Aber dass halt die Kugeln da oben drin bleiben, finde ich nicht ganz gut umgesetzt. Oder nicht ganz so gut umgesetzt. So, Kritikpunkte habe ich zwei Stück. Jetzt müssen wir ein bisschen differenzieren. Ich gebe auf jeden Fall die Internals leider heute als Kritikpunkt. Warum? Zunächst mal natürlich in Bezug auf die Energie, so wie die Waffe kommt. Ich kann doch keine, ich kann doch keine M150, M160 Feder mit einem Piston kombinieren, der nur Kunststoffzähne hat. Das wird nicht lange gut gehen. Nein, das ist keine Spekulation, das wird nicht lange gut gehen. Vertraut mir. Also hier hätte das Modell weniger Energie. Wie gesagt, würde es ja jetzt out of the box mit einem Joule kommen, dann könnten wir vielleicht nicht so ach schimpfen, dann wäre das in Ordnung. Und dann würde ich auch sagen, ja, der Piston mit Plastikzähnen, der Plastikpiston hat, der Plastikzylinder hat, das ist für die Energie in Ordnung. Das wird halten, definitiv. Aber so wie das kommt, das Modell mit 1.5, 1.6 definitiv nicht. Und man muss dennoch ansprechen, dass für 360 Euro von anderen Herstellern bessere Internals kommen. Also da hätten sie ruhig noch ein bisschen optimieren können. Wie gesagt, ihren guten Piston rein, wie bei der GK12 auch, den Piston rein mit Stahlzähnen, einen guten Pistonhead aus Aluminium rein, vielleicht noch ein CNC-Zylinderhead, V2 haben sie sowieso rumliegen von der TR16, den noch mit rein, der gescheite Nossel mit O-Ring rein und fertig. Und dann würde ich sagen, die Internals sind haltbar, die Internals sind gut und würden vielleicht auch diese 150er, 160er Fäder einmal problemlos aushalten. So muss ich es leider ein kleines bisschen kritisieren, die Internals nicht das Gelbe vom Ei und natürlich auch nicht für diese Energie unbedingt ausgelegt. Wie gesagt, wollt ihr das Ding euch gönnen, wollt ihr CQB spielen mit einem Joule, kann man nicht kritisieren, klatscht eine schwache Feder rein und spielt die Internals so wie sie drin sind. Die Nossel könnte man vielleicht noch durch einen Tausch mit O-Ring, das ist aber auch dann das Einzigste bei einem Joule. Ob jetzt der Piston da mal nach 40.000, 50.000 Schuss durch ist mit Kunststoffzähnen, das sei mal dahingestellt, dann haut er halt irgendwann mal einen anderen Piston rein mit Stahlzähnen und fertig. Aber wie gesagt, so wie die Waffe kommt, 1,5, 1,6, nee, würde ich so nicht ausliefern. So, und leider der zweite Kritikpunkt und das hat mich wirklich ein kleines bisschen schockiert bei dem Modell, das ist die Lautstärke und der Klang. Ich habe es euch versucht irgendwie zu erklären, denn wie gesagt, die Audiospur wird automatisch runter geregelt, damit sie nicht übersteuert. Das Ding ist so brutal laut, dass wenn ihr wirklich mal da keine Ahnung, mal 100 Schuss rausrotzt, es ist so hell und es ist so eine unangenehme Frequenz, für mich zumindest im Ohr, dass es schon fast wehtut. Also laut, kreischt, hell, Kunststoffaufschlag, dieses ganze Zusammenspiel in dieser Waffe, muss ich leider kritisieren, finde ich gar nicht gut. Ich habe es euch auch gesagt, die PCC45, ja, die hat sich vom Klangbild auch nicht so toll angehört. Natürlich, wir haben Kunststoff, ist alles okay, aber das Teil toppt echt alles. Also hier würde ich definitiv anfangen, irgendwie ein Zylinderhead zu installieren mit einem Sorbo, mit einem weichen, damit der Aufprall ein bisschen rausgepuffert wird, Motoreinstellung nochmal kontrollieren, damit man das Kreischen ein bisschen rausbekommt und definitiv diesen Plastik-Amplifier da vorne, auch diesen Verstärker weg, einen kleinen kompakten Schalli dran oder einen Tracer, aber weg mit dem Ding, damit das Ding einfach ein kleines bisschen leiser wird. Also hier, out of the box, zu laut und vom Klang leider viel zu hell und sehr unangenehm. Empfinde ich zumindest so. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Also wie gesagt, für mich eine CQB-Waffe, die 360 Euro, ja würde ich sagen, sind in Ordnung, obwohl man auch sagen muss, dass der Piston, wie gesagt, und der Piston hält auch nicht mehr ganz Stand der Zeit ist. Wäre jetzt einen Piston drin mit Stahlzählen, hätte gesagt, ja ist in Ordnung. Kann man eigentlich für 360 Euro, gut, Wirtschaftslage, weiß ich nicht. Also sie ist okay für einen Joule, wie gesagt, für mich ist das eh eine CQB-Waffe, schwache Feder rein, dann könnt ihr das Ding out of the box machen, macht vielleicht Lautstärke noch ein bisschen was. Wenn es euch nicht stört, könnt ihr es ja auch mit einem Joule einfach so zocken. Dann ist die Waffe in Ordnung, wer aber jetzt meint, er kauft sich die Waffe und nutzt irgendwie Midrange, Woodland oder irgendwie sowas, definitiv nicht. Und definitiv nicht mit 1,5 oder 1,6 Joule mit der Lauflänge. Dann nicht. Aber CQB, wie gesagt, schön, der Schaft ist geil, die Verarbeitung ist klasse, Design feiere ich eh ein kleines bisschen. Aber wie gesagt, CQB wäre es in Ordnung, Woodland definitiv nicht. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Habt ihr jetzt noch Fragen zu dem Modell, ist noch irgendwas offen geblieben, dann wisst ihr Bescheid. Jederzeit Kommentarfeld nutzen. Habe ich jetzt irgendwas vielleicht schlecht erklärt in dem Video oder ist euch noch irgendwas weiteres aufgefallen? Auch jederzeit Kommentarfeld nutzen und wenn es euch gefallen hat, bitte Like, Abo und eventuell eine Mitgliedschaft einmal auf Patreon dalassen. Würde mich mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank.